junge junge das war ja gerade krass da wollen wir einmal ein bisschen was ändern und direkt hat die komplette cam mit dem stream ein zusammenbruch ja man sieht halt das twitch studio das eine beta ist dass die halt noch nicht komplett stabil ist und deswegen sollte man vielleicht irgendwelche änderungen nicht mit dem stream machen sondern lieber ja nicht während man live ist auch dass die beim nachhinein kann ich nur empfehlen so wir sind wieder da wenn ich das richtig sehe wir sind wieder da okay 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 ja ich mache das mit 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 background musik mal im nachhinein und nicht jetzt so wir gehen wieder ins spiel zack okay und zwar habe ich ein bisschen geld gefahren das geht hier ganz gut mit diesen beiden personen so als kleiner tipp wenn ihr geld fahren wollt rüstet euer pokémon mit dem 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 münz amulett aus und habt den kampffander den könnt ihr hier einsetzen und wenn ihr jedes mal wieder gegen die beiden kämpft ihr so um die 16.000 pro kampf damit beide nur ein pokémon hier kann man am besten geld fahren kann es euch gerne mal zeigen ok dann kommt von der noch aktiv hier sind wir gehört das war der falsche knopf mal wieder das auch batterie ist nicht genügend geladen 18 noch ok 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 jetzt aber oh und das kann auch vorkommen dass keiner kämpfen möchte dann heißt es einfach try it again genau ok jetzt da möchte er der herr wieder kämpfen mit seinem plauder guy hat schon mal ihn an und dann die gehen die pokémon skalieren pro kämpfe halt so ein bisschen mit und werden stärker das plauder guy ist jetzt von 20 auf 40 hoch aber da war für sich die maximum grenze hier in dem gebiet und man kriegt glaube ich beim ersten kampf wo es noch 20 hat kriegt man nur 12.000 aber beim letzten kampf wo das pokémon dann schon level 40 ist kriegt man auch schon 16.000 also 4.000 mehr so direkt besiegt ja mein 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 hat sich zu einem schlabor weiterentwickelt wollte ich eigentlich nur sagen hat auch immer noch die freundschaft also die samtglocke aber das wollen wir jetzt gerade nicht machen ich möchte gerne mal nochmal hier runter zu dem park und da mal gucken was da so abgeht bevor wir dann halt entscheiden welches pokémon wir shiny handen oh hier haben wir wieder ein super trank nur ich habe hier jetzt nur pokémon im team vier stück die annahme als fähigkeit haben mitnahme meine ich ja haben alle mitnahme als fähigkeit und haben dann halt immer wieder items ich sollte vielleicht meine pokémon erst mal gerade heilen gehen ja 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 so eine bunte auswahl an pokémon finde ich immer cool ich genau ich wollte auch noch mal mein schlapp ohr mal wieder als mein pokémon auswählen was hinter mir herläuft als ein pokémon was mich kehrt ist jetzt schon echt also ich muss ganz ehrlich sagen schlapp ohr als shiny sieht schon ziemlich nice aus kann ich auch verstehen dass es ein fan liebling ist ähm was hat einfach also vor allem bei äh bei der weiblichen fraktion ist halt echt sweet ne vom aussehen her ich mein ähm haspiror war ja schon echt sweet aber aber schlapp ohr ist halt auch schon hat schon geile farben also schon echt super aus das rosa passt halt wirklich gut zu schlapp ohr ich finde nur so von äh äh so so von von der größe her was das ist äh wie es hinter einem her läuft das ist halt ein bisschen ja weiß er nicht ein bisschen sehr klein oder dann müsste das nicht normalerweise ein bisschen größer sein also meine figur ist halt einfach genau die sind halt gleich groß aber von den proportionen passt es halt einfach irgendwie nicht also nicht so so äh was ist denn jetzt schon wieder los ich wollte doch nur speichern so 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 okay bist gewiss sonst hätte ich so aha okay sogar höhlen oha was ist das ist der ton weg ich höre nichts mehr okay es ist einfach nur leise okay da steht an der versorgen es scheint als könnte man hier eine platte einsetzen ja cool hier ist noch so ein ding oh das sieht man schon weiß das ist äh ja regi die regis 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 die regi rock 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 und wo kriegt man die die daten her und hier so gefühls okay gefühlskammer äh was war das mit gefühlen 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 ähm joto joto ah joto kammer das heißt hier haben wir die drei hunde okay hey philip herzlich willkommen im stream grüße gehen raus äh guten rutsch hoffe du hattest schöne weihnachten ich bin hier gerade so ein bisschen diesen komischen park hier am begutachten und finde hier eigentlich nur kammern hier sind ganz viele kammern ein bisschen strange ja dauert ja noch klar äh ist jetzt ende der woche ne aber kann schon mal einen guten rutsch äh wünschen ne und dann äh sobald äh Silvester ist ist ja dann eher so äh frohes neues angesagt glaube ich ich kenne mich damit nicht so aus danke danke Alter ein weitläufiges gebiet hier aber ich habe hier doch eben noch eine kammer gesehen die äh was ist das denn für eine kammer hier Regenbogenkammer würde mir jetzt nur hoho einfallen oder oder ja du die platten keine ahnung ich gehe mal gleich in den untergrund und suche mal ein paar platten na hä was ist das hier die genkammer Gene äh okay Mewtwo würde ich jetzt mal sagen das sieht eher so nach 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 Labor aus Mewtwo like ne da war was das ist ja cool oh 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 wo sind wir jetzt achso ich bin wieder am Anfang klar was haben wir hier noch ich glaube das waren jetzt alle oder oh da genau was haben wir noch vergessen hier wasser müssen wir auch noch gucken was kann das denn sein äh ich hätte gern dann noch ein Lugia bitte also wenn schon denn schon Lugia auch komm schon Kontinentkammer ah ok es ist halt einfach Grodon ich glaube ich hätte Pearl nehmen müssen damit ich Lugia bekomme ne und nicht hoho das ist definitiv Grodon hm ich weiß nicht wen finde ich besser Kaioko oder Grodon ich glaube ich finde Kaioko besser Mewtwo ok äh ja das ist ja schon mal schön zu wissen ähm ich geh mal in die Underground und gucken was da so abgeht äh ich raff das noch nicht so ganz mit den Legis ähm aber das kriegen wir das kriegen wir ach der sagt es ist die Zeit dafür okay ja ja gut dann halt nicht ja ja ok ich hab's noch nicht so ganz genau ich hab was kaufen oh hier kann man Poké Bälle kaufen ist ja praktisch hier kann man eigentlich alles kaufen ok ich hab auf jeden Fall noch genug Top-Schutz und ich glaube, ich habe von allem auch noch genug, weil ich habe ja nach dem zweiten Wurf schon direkt mein Shiny Pokémon bekommen am letzten Mal, das war ja schon echt heavy eine 25er Chain gehabt und die ist dann gebrochen, ich so okay, eine Chain probiere ich noch mit Lavita und habe dann die nächste Chain angefangen, das erste Pokémon gefangen, dann kam das zweite und war direkt ein Shiny Drop und ich so, what the fuck Hallo Enigma-Fragment gegen Platten eintauschen äh okay Enigma ja, so eins habe ich schon bekommen man kann eine Schlagverwendung zwischen ihr und der Weisungskammer in Hamazum okay aber dann gibt es ja hier nur die Weissagung Weissagungspalm, das ist zweimal hey wieso denn zweimal die gleiche oder Weissagung war doch die mittlere, ne ist ja witzig also man muss quasi sich diese Platten organisieren, um hier die Legendären zu fangen was anderes geht hier nicht ich dachte, hier kann man auch noch andere Pokémon fangen aber es ist ja wirklich nur für die Legendären das ist ja witzig na gut ich muss mal gerade auf mein Handy gucken ich habe ein Unreal bekommen okay alles klar so okay, weiter geht's also 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 wir gehen mal hier runter es könnte gefährlich werden da unten weil ich habe ja nur einen Pokémon dabei was kämpfen kann aber egal online so okay wir gehen runter das sieht doch gut aus hier in der Mitte war ich auch schon und ich glaube hier ist das wo man diese ganzen Steine quasi kriegen kann wenn wir mal ein paar von den Steinen fahren, weil ich hätte gerne ein legendäres der was so so mein Ziel das war ich auch eigentlich so kalt mir ist kalt mir ist so richtig kalt aber ich will keine Heizung anmachen wie viele? drei oh auch oh okay ein Granitstein Müll alles Müll Hmhm. Das war ein. Wow, doch noch gefunden. Krass. Haben wir hier für einen Brachen-Reißfee? Ein Fee. Eine der besten Feen, die es gibt. Eigentlich nicht. Eine der besten Feen, die es gibt. Eine der besten Feen, die es gibt. Was gibt es hier so? Uh, ein Porenta. Habe ich jetzt nie das Porenta? Ja. Meintal finde ich cool. Ist irgendwie ein cooles Pokémon. Und zur Lanzalot finde ich auch cool. Lanzalot. 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 Neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Wir machen auf jeden Fall noch ein Scheibenhandrecher. Oh Mann. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Scheiß Brenter. So muss doch. So muss doch rare sein. Wieso kann man irgendwo die Levelanzahl unten vom Underground wieder runterdrehen? Es kann doch nicht sein, dass die jetzt alle irgendwie für immer auf Level 60 und höher bleiben. Wie dumm ist das denn? Ich will hier niedrige Pokémon haben, keine hohen. Das ist genauso wie mit den, ähm, mit den Nestern in Pokémon Schild und Schwert, die irgendwann einfach nur hochlevelige Pokémon drin haben. Das ist richtig, richtig scheiße. Nervig. Das hat richtig, richtig... Hört mich nicht. Überball, ja. Einfaches Brenter zu. Mautzy will sich jetzt wieder entwickeln, ne? Katz-Furrier. Ja, ist halt deine Attacke, ne? Mautzy. Geben wir dir. Geben wir dir. War keine Entwicklung, ne? Geh ich nicht ein. Zieh ich gar nicht ein. Nein. Aus. Porenta! Ähm, genau, ich würde mal gucken, ob jemand was besitzt. No. Ist ja noch irgendwelche krassen, geilen Hütten da. Außer Porenta. Oh, da ist ein Slope. Habe ich Slope eigentlich schon gefahren? Ich glaube schon, Slope. Ich sitze schon. Okay, da. Ich bin seit dem 6. Seit dem, zum Beispiel, Schwallbossradar hanken. Seit dem 6. Seit dem 6.12. meinst du jetzt? Wie, oder was? Hä? Ist das dein fucking Ernst? Wieso? Das sind 21 Tage. Ist das... Was? Ich habe jeden Shiny Hunt, den ich bis jetzt gemacht habe, innerhalb von, keine Ahnung, maximal vier, fünf Stunden fertig gemacht. Ja, die Chain bricht immer ab. Dann rede ich mal lieber gar nicht von den Chains, die ich so hatte, ey. Das ist ja dann lächerlich, was ich... Oh, krass. Oh, krass. Also, ich hatte keine Chain, äh, also ich habe Chains gehabt, die halt abgebrochen sind, so. Aber, äh, beim Shiny Hunt, so, so, ähm, nach der dritten Chain hat es immer funktioniert. Krass, 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 krass. Ja, würde ich halt auch. Ich hatte richtig Glück im Unglück bei meinem letzten Shiny Hunt. Das war ein, äh, Lavita. Ich hatte eine Chain von 25 Chain abgebrochen. Und ich dachte so, okay, eine Chain mache ich noch. Dann irgendwie gerade irgendwie das zweite... Was ist das? Okay. Dann gerade irgendwie die zweite Chain angefangen. Ich habe, äh, wirklich das erste Lavita gefangen. Dann kam irgendwie das zweite und war direkt ein Shiny. Das zweite Pokémon in der Chain. Hat direkt ein, ein, ein Shiny Rascheln war das. Und ich dachte nur so, alter, krass. Lucky. War so richtig. Oh, das kriege ich noch. Gott sei Dank. Also ich habe bis jetzt Knufensa Shiny fünfmal bekommen in der Chain. Äh, Haspiror fünfmal. Ähm, Pachirisu dreimal. Und Lavita halt einmal nur, weil es halt einfach so ein random Shiny war. Clown Fossil. Clown Fossil ist doch, äh, nee, oder? Ist das Kabuto? Ein Kabutops? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich würde auch dranbleiben, auf jeden Fall. Krass, ey. Hatte ich bis jetzt immer richtig, richtig Glück. Ein Bolterus. Ja, ich teste noch ein bisschen Dragoran in Unite. Dann mache ich auch mit der Chain weiter. Ja, ich bin bei, bei Unite bin ich jetzt mittlerweile komplett raus. So, weil das tut mir einfach meiner Gesundheit nicht gut. Ich habe Pokémon Unite komplett geskippt. Aber 21 Tage ist echt belastend. Meine längste Hand überhaupt. Alter, hatte ich noch nie. Selbst ein Pokémon Let's Go, äh, einfach nie. 21 Tage ist halt echt übel. Das haben wir hier. Och, Lucky. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut. Ja, bei Schritt und Schwert ist das sowieso easy, ne? Ah ja, das ist 21 Tage ist halt richtig heavy. Hätte ich nicht gedacht, dass man, äh, eine Chain so lange irgendwie nicht bekommen kann. Das ist halt wirklich, ähm, ich einfach nur so extrem. Krass viel Glück hatte, dass ich zwei Chains hatte, die instant geklappt haben. Bei zwei verschiedenen Pokémon, ohne dass es einmal abgebrochen ist. Und die anderen beiden so nach zwei, drei Malen halt. Also einfach krass. Ach, ist nur Unluck. Okay. Und ich dachte, ich habe einfach nur viel Luck. Aber, okay. Ich finde, wenn es bei mir einfach nur extrem Lucky ist, ist besser, als wenn es bei dir Unluck ist. Nehmen wir lieber, dass es bei mir extrem viel Luck ist. Dann hast du nämlich keinen Unluck, sondern nur normal halt, wie jeder andere auch. Unluck ist immer nicht so schön. Bei drei Hands, die ich bis jetzt hatte, waren auch vier, fünf Stunden. Ja, genau. Das ist so bei mir auch der Standard gewesen. Ich hoffe, der Stream läuft konstant. Ich, äh, streame nämlich mittlerweile nicht mehr über OBS, sondern, äh, habe jetzt, äh, quasi Twitch Studio Beta für mich ausprobiert und eingerichtet. Und gerade eben, beim Anfang, habe ich nochmal was geändert in der Scene. Und dann ist direkt komplett abgebrochen, das Ganze. War halt total Ausfall. Kamera weg, alles weg. Muss die Kamera außen wieder einstöpseln. Aber jetzt, äh, geht's eigentlich wieder. Hä? Der hilft dir gar nicht. Guck mal, wie der einfach mal wartet. Gibt's nicht. Hä? Ist auch hier. Ich muss mich so ein bisschen verarscht von dem. Der super läuft. Der hat was gefällt mir. Einfach nichts. Nirgendwo. Und scheiß. Nee, dann bin ich ja beruhigt, wenn das läuft. So. Oh ja. Alter, instant. Hä? Okay, ich bin so richtig anlucky, ne? Man sieht's halt einfach. Alter, da gibt's einfach mal gar nichts. Das ist voll unfair. Ja, toll. Oh, 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 oh. Auch noch ein Enigma. Ihhh. Luminias. Voluminias. Bescheideter Name, bescheides Pokémon. Weg damit. Bäh. Oh, man. Ich geh mal da rüber. Und das Shiny-Hand hier unten im Untergrund ist halt auch irgendwie voll dämlich. Auraus. Ah, ich könnte überall hängen. Das ist voll unfair. Das war knapp. Random Guy. Servus. Herzlich willkommen im Stream. Grüße gehen raus. Uh, 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 uh. Da unten. Komm ich da noch rechtzeitig hin? Stimmt nicht. Als ich da unten bin, ist der schon fertig. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Oh, doch nicht. Ich hab nur noch rechtzeitig gedrückt. Was für ein Kack, ey. Mann. Okay, also ich brauch nur eine Enigma und dann können wir auch mit dem Shiny-Hand zu gehen. Mann, das ist gerade vier. Gerne. Was ist das? Uh. Nimm ich immer gerne. Alles? Ja. Ich stell mal gerade ein. Und zwar machen wir einfach mal... Wir lassen mal zehn Minuten hier, ähm, eine Abstimmung laufen. Und ihr könnt dann ja mal mitmachen. Ich mach gleich mit. Okidoki. Scheiße, wenn man nur zehn Minuten lauft. Ich würd die gerne so eine halbe Stunde laufen lassen. Vielleicht? So, zehn Minuten Umfrage beginnt. Ja, ja. Ihr dürft abstimmen. Und Grüße gehen raus an alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Wir machen Shiny-Hand. Ihr dürft entscheiden, welches Pokémon ich Shiny-Hand. Ich hab jetzt gerade eine Abstimmung laufen lassen. Äh, der Pool ist eröffnet. Gönnt euch. Oh. Ich hab hier den falschen Controller. Ich hab so gerade... Hä, warum... Warum... Warum geht hier denn nichts? Was ist hier los? Warum kann ich nichts drücken? Ich wollte doch weitermachen. Oh, das ist ja ein PlayStation-Controller. Äh, okay. Ne, damit kann ich nicht spielen. Gehen wir mal lieber zu dem hier. Geil, ey. Einfach zu geil. So, was haben wir? Ewigstein und zwei Purpurs. Hm. Und Luxus. Komm schon. Na ja, gut. Es gibt keine Feuer-Pokémon. In dieser Edition. Deswegen Flemly. Schade. Geht schon wieder rum hier. Enigma. Wie viele hier? Vier. Uff. Hier ist schon mal gar nichts. Das ist ja alles... Alter! Alter! Okay. Ja, gut. Da war wirklich nichts mehr zu machen. Und grüß dich, dass wir gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Macht ruhig mit bei meiner Abstimmung. Welches Pokémon soll ich Shiny handen? Gönnt euch, Leute. Ähm, ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Wie viele hier? Drei. Och, nur ein Enigma. Alter. Ist er jetzt schon fertig, oder was? Ja. Okay. Haha. Aber nichts Gutes, ne? Irgendwie. Und wieder Feuer. Feuer ist halt das Schlimmste mögliche, was man kriegen kann. Weil es gibt keine Feuer-Pokémon in dieser Edition. Arkan. Der goldene Hund. Hab ich aber schon ein Pokémon Let's Go. Kann man sogar drauf reiten. Faut ihn nicht. Enigma. Wo stand er jetzt? Alter, ich hasse das. Alter. Ey, hier sind überall diese blöden Steine. Ich schwöre, ich hasse sie. Da war noch eins. Okay. Könnte sogar ein Enigma gewesen sein. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Ein Togepi. Ist übrigens auch in unserer Abstimmung drin. Oh mein Gott. Verbindung abgebrochen. Das ist ja eine Frechheit. Muss ich wohl auch mal wieder hochgehen gerade. Okay, so läuft das nicht. An die Oberfläche zu kommen. Aber ist unsere Verbindung auch jetzt hier abgebrochen? Oder bin ich noch da? Ne, ich bin noch da. Ne, auch schon. Ich gebe, wenn ich jetzt weg wäre. Okay, ähm. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt genug Enigma-Steine habe. Ich glaube, ich hatte schon zwei. Kann mal sein, dass ich auch nur einen hatte. Und, äh. Das ist ich. Keine Platte. Ja, doch. Scheißen. Fehlt noch einer. Verdammt. Das ist ja Dreck-Enigma-Steine, ey. Ich bin jetzt schon auf den Nerven. Ein Enigma-Steine suche ich doch nur. Jetzt kommen wir hier. Hoch, hoch. Weg. Bin ich ein Glücksbringer? So, ich lande immer wieder hier. Das ist auch immer schön. Welchen klopfen? Oh, hier ist einfach mal so gar nichts. Okay. Da ist nichts. Ihh. Da. Ist ja irgendwie ecklige Pokémon hier. Schneller. Wo sind die Leute? Und ich bin, ich bin doch schon in Online reingegangen, oder? Eine oder mehrere der anderen Konsolen antworten nicht. Ja, was heißt das? Hä? Das liegt aber jetzt nicht an meiner Verbindung. Ich habe eine konstante Super-Verbindung hier, also. Komm mal nicht so. Toll. Zieht das alles nicht. Wie viele? Vier. Das liegt nicht an meiner Verbindung. Wenn es auf den Nintendo. Gerade hier ist es geschlossen. Wie gesagt, Checking mal so schön. Wasn't me. Wieso müssen es auch drei Lagen hier sein? Das ist voll unfair. Und Grüße, Klaus, die gerade neu zugeschaltet haben. Helft mir. Auch ein Enigma. Und mach mal den Pull mit. Wie sieht der Pull aus? Lass uns gucken. Oh, der ist schon vorbei, oder? Oh, wir haben Mankey und wir haben Knackleon. Cool. Cool, cool. Okay. Okay. Auf was hätte ich mehr Bock? Mankey oder Knackleon? Irgendwie dann doch mehr auf... Ich weiß es gar nicht. Deswegen habe ich ja diese Abstimmung erstellt, weil ich keine Ahnung hatte, wer. Von den Ganzen. Mankey oder Knackleon? Ich tendiere irgendwie mehr zu Knackleon, weil ich schon Mankey Shiny habe auf Pokémon. Let's go. Wenn ich ehrlich bin. Hm. Scheiße. Hm. Ich weiß, würde ich mal gucken. Sag das doch. Nee, also es wäre schon cool, einen Mankey auch zu handeln, weil Mankey... Ich habe halt nur noch einen Ras auf keinen Mankey mehr. Und Mankey ist halt so knallig grün. Das sieht halt echt mega nice aus. Aber ich habe es halt schon. Und Knackleon habe ich noch nicht. Deswegen finde ich dann doch eher zu Knackleon. Ja. Dann wird es Knackleon. Ich weiß, wenn ich richtig Lack habe und es richtig schnell geht, würde ich da vielleicht einen von Mankey hinterher schieben. Flygon. Flygon. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Zahl nicht gesehen. Oh, was ist das denn? Braucht denn sowas? Warum ist der so übertrieben lang? Da war nichts mehr zu holen. Ich glaube, ich kriege den Enigma-Stein nicht mehr. Das ist unmöglich. Da kriege ich einen kleinen Enigma-Spieler. Wahrscheinlich kriege ich ja noch so einen großen. Wobei, da reicht ja einer von. Ich habe meinen Dragoran-Set in Unite gefunden. Kann man den Dragoran gut spielen? Also, ich spiele immer noch am liebsten mit Gengar. Auch wenn der genervt wurde. Der wurde ja wieder dann ein bisschen endnervt. Aber, ähm, ist halt einfach geil. dieser Flur war eine ganze Zeit lang richtig krass. War ja wirklich Esstier, ne? Die ganze Zeit lang. Das war echt nervig. Aber hat sich ja jetzt alles wieder geändert. Du hast jetzt mal an Halloween gespielt. Ne, ja doch. Ich habe probiert, an Halloween zu spielen. Ich habe es ja nicht mehr. Ich habe es ja irgendwie sein lassen. Und Ranked ist sowieso halt für den Arsch. Wenn man wirklich in dem Rang feststecken, wenn ich gerade feststecke, dann hast du verkackt. Weil da sind halt nur Noobs, die nicht wissen, wie das Spiel geht. Und du kommst halt nicht weiter. Kannst du noch so gut spielen, wenn die anderen, wenn da welche dabei sind, die nicht wissen, wie das Spiel geht. Dann ist halt direkt im Over für dich. Da habe ich mich zusätzlich noch drüber aufgeregt. Aber die Leute. Deswegen habe ich gedacht so, ne, ja, ich lasse es dir dann. Rundemann. Richtig viele Erfahrungspunkte. Irgendwas mit knapp 3000, glaube ich. So. Ist auch stark. Hallo, ich bin 18 Level höher und das überlebt halt einfach mal mit einem Lebenspunkt. Was ist das für eine Scheiße? Oh Mann. Ich habe ein Fünfer-Lobby. Ich habe da ein paar Leute. Ja, das ist gut. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich mir nicht einfach irgendwie mein eigenes Team zusammenstelle. Aber nee, dann dachte ich mir so, das ist zu viel Arbeit. Ab, ich kann Bob drauf. Och, Mautzy. Nee, ist nicht. Echt nicht. Echt nicht. Hat da jemand irgendwas? Oh ja. Hyper, hyper. Nee, also wie gesagt, Pokémon, den halt ist für mich halt raus. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Leck dann. Wo bist du denn? Hallo, Patricia. Ich bin Patricia. Na, sieh mal an. The Underground ist riesig, also nutze am besten die Karte, damit du dich nicht verläufst. Thank you for the information. Sehr, sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Wow. Vielen Dank. Ich muss gerade mal kurz überlegen, was war das denn? Thank you, Random Guy, für dein Follow. Es ist halt so, der neue... Was habe ich denn da reingepackt? Krass. Ich gucke mal gerade in die Scene, was ich da überhaupt drin habe, als Alert. Der ist das. Okay. Sounds. Nehme ich dann doch mal lieber die. Ich habe das geändert. Super nice. Willkommen bei den Subbys. Elektro finde ich immer gut. Elektro ist wirklich, wirklich immer gut. Was haben wir hier? Ein Ampharos. Habe ich schon als Shiny. Stimmt, das habe ich ja auch. Shiny Amphi. Amphi, Amphi. Gucken, ist hier irgendein Item versteckt? Müsst du aber eigentlich. Uh, Wabu. Uh. Den will ich haben. Den will ich haben. Also, Rabouts finde ich cool. Rabouts als Shiny? Vielleicht irgendwie auch nochmal irgendwie probieren. Deines Kampfding. Wäre doch... Also, das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Mit dem nächsten Shiny Hand kommt dann Rabouts dran. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ich weiß nicht, wie das aussieht in Shiny, aber natürlich mit drei Entwicklungen ist halt schon geil, wenn man das dann mehr oder öfters hat. Kann man sich schon geben. Bleibt drin, komm. Machen wir nicht auf selten. Das machen wir auf selten. Wir werden immer alle auf selten machen. Mogelheave, auch noch. Hast du Voltlamm gehabtet? Äh, wahrscheinlich gehuntet, meintest du eher, ne? Ne, das habe ich geschenkt bekommen, ehrlich gesagt. Ich habe, äh, Voltilam nicht gehuntet. Das, äh, Shiny Voltilam habe ich geschenkt bekommen. Hätte ich aber geschein gehuntet, wenn, äh, ich, äh, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte. Weil, also, ein Shiny Schaf ist halt einfach ein Muss in jedem Pokémon. oder? Mittlerweile seit, äh, Wall-E. so, wir haben das Rebellus. Sehr cooles Pokémon. So, ich gucke mal gerade hier nach dem Item. Uh, Riesen. Wir sehen hier, Riesen. Wow, 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 wow. Oh, mein Gott. Alter, wenn man hier einfach überall hängen bleibt, das ist halt so nervig. Das geht einfach gar nicht. Das ist halt so schlimm. Wirklich. Einfach nur Scheiße. Da. Da haben die einfach so viel Scheiße gebaut. Wieder ein Stein. Oh, Mann. Ich suche, warum auch? Warum auch? Ich glaube, hier ist bei einer. Oh. Shit. Hier? Kannst du nicht. Dann bist du nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Scheißt jemand an. Übrigens, wenn ihr ins Kino gehen wollt und euch einen geilen Film angucken wollt, dann kann ich empfehlen Spider-Man, den Dritten. Der ist wirklich gut, weil er einfach so viel Nostalgie aussprüht. Also es ist halt wirklich, wirklich ein geiler Film. Von der Story vielleicht ein bisschen mau, aber ihr kommt doch zu Eurokosten. Einfach, wenn ihr auch die alten Teile gesehen habt. Und was ich unbedingt noch gucken will, ist auf jeden Fall Venom. Oh, komm. Der erste Schnapp kommt auch. Hä? Das war ja lächerlich, oder? Das war richtig lächerlich. Ich krieg halt einfach nichts mehr. Das sind alles Scheißwände. Die Hälfte komplett mit drei Schichten voll ist halt einfach rigged. Aber so richtig. was man nicht alles tut für so ein blödes Unikra-Ding. Zwei Möcke. Ja, also das ist schon jetzt schon. Kannst du jetzt schon vergessen. Kannst du schon noch nicht trinken. Nur Müll. Nur Müll! Wir gehen direkt und gleich in den Shiny-Hunt über. Ich hab keinen Bock mehr. Selbst wenn ich jetzt noch ein Nikmar-Stein kriege. Scheiß auf Legis. Wir gehen direkt in den Shiny-Hunt. Nichts. Sorry. Ich hab keine Ich hab keine Nikmar-Stein die in die . was ist das okay das ist das müll oder und grüße gerade noch zugeschaltet haben herzlich willkommen wir haben gleich ein bisschen shinies aber vorher muss ich gerade noch mal ein enigma stein bekommen fragment irgendwas mann wie viele zwei Oh! Ah! Hä? Das ist einfach so ein ganzer Block? What the fuck? Ich habe einen Block gefunden. Einen blauen Block. Das ist eine Tafel, ne? Eine Wassertafel, okay. Vor allem gibt es hier gar nichts mehr jetzt. What the... Man findet den Enigma-Stein, glaube ich, gar nicht, wenn man nicht online ist. Was ist denn das für eine Kacke hier? Geh nochmal an die Oberfläche zurück. Geh nochmal runter, probier nochmal zu verbinden. Weil man hat ja mehr Luck, wenn man mit anderen Leuten das macht. Meine Fräse, normal. Ähm, vielleicht ist es aber auch, weil ich da gerade einen komischen Gebiet bin. Das kann natürlich auch sein. Da! Oben müssen wir hin. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier unten hin. Auch immer schwierig, ne? In dem Gebiet, äh, zu shiny handeln. Weil die Truppen halt dann doch im Level halt ein bisschen höher sind. Und das macht das halt alles ein bisschen schwieriger. Ja, ich geh nochmal grad hier rein. Wir machen auf jeden Fall heute so einen kompletten Tag, ne? So fast streamen, bis ich keinen Bock mehr habe, weil es mich nervt. Ich hab einfach für ein Enigma-Fragment L 1,5 Stunden gesucht. Ah, so fühle ich mich auch gerade, wirklich. Genau so. Heute wird den ganzen Tag gehandelt. Aber ich muss jetzt erstmal... Hab ich gegen die schon gekämpft? Es ist halt echt, äh... Ich weiß nicht, ich sollte vielleicht mein Team wieder ein bisschen, äh, ausstatten und diese ganzen anderen, ähm, Mitnahmepokémon wieder ein bisschen in die Box kicken. Weil ich bin ja schon ein Gebiet, wo stärkere Leute rumlaufen. Und mein Amperus kann nicht alles, äh, abfangen. Deswegen werden wir mal... Was sind die Toten? Okay, dann nehmen wir mal Miss Magus wieder mit rein. Ähm, zack. Warte mal. Warte mal, warte mal. So, nehmen wir euch mal. Das sind halt Mitnahme. Das heißt... Okay, packen wir mal hier unten hin. Damit... Ähm... Hä? Was... Hä? Hä? Ich drücke hier wieder falsche Sachen. Ich merke schon. So, ähm... Genau. Das drücken wir noch. Nehmen wir hier hin. noch mit. Da müssen wir sowieso noch ein bisschen trainiert werden. Natürlich, Logo bleibt auch hier drin. Im Team. Und als allerletztes wollte ich dann halt mal wieder mein letztes Shiny Lavita mit reinnehmen. Einfach, damit das hinter mir herläuft. Das war voll nervig. Ich hab da shiny hunted. Ähm... Und zwar... Wen hab ich shiny hunted? Hast du die Ruhe, oder? Ich hab da auf jeden Fall einen shiny hunt gemacht. Ähm... Ich glaub mit Panikon. Und ich... Ach, ich war so genervt. Weil die ganze Zeit da diese ganzen Bummels überall rumgeshakert haben. Und ich dachte so, ich dreh durch. Weil wenn du da einen shiny sehen, wenn du jetzt noch nie einen shiny gesehen hast, äh, bei äh, der Chain. Und dann noch diese ganzen Bummels da irgendwie am shakern hast, dann das ist einfach zu viel. Das ist viel zu viel. Und grüße genauer, dass wir gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Aber ansonsten ist es cool. Das ist so ein extra Feature. So, okay. Komm mit. Lavita, du kleines shiny random Ding. Hier hab ich übrigens Knuffenser gehuntet. Erfolgreiche? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich seh schon... Oh mein Gott, ich seh schon zwischendurch. Bummels ist so sweet. Ja! Und das als shiny ist, glaub ich, so orange. Das sieht richtig cool aus. Nee, Quatsch. Bummels ist grün. Und Mund hier ist dann, glaub ich, so orange, wenn ich das richtig in der Raum hab. Es ist rosa. Ja, richtig lost. Stimmt, es war rosa. Und ganz ehrlich, bummels ist das einzige Pokémon, was cool aussieht als shiny. Mundtier und, 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 äh... Wie heißt das andere? Letzte Entwicklung. Ich sag mal Lacho King, was ist ja falsch. Lacho King, oder? Heißt das doch? Oder so ähnlich. Ja, aber das shiny sieht halt scheiße aus. Letra King heißt es genau. Weiß ich, wie ich immer auf Lacho King komme. Also die, die shinies sind halt, äh, da ist nur Bummels halt hübsch, beziehungsweise knallig, Farben. Und, äh, Mundtier ist halt einfach nur beige. Und Lacho King ist halt, anstatt einen weißen Kragen hat es halt einen braunen Kragen. War ein Hahn. Das war's. Richtig. Richtig, richtig lame. Äh, Letra King. Ja, Lacho King ist von Flecken und genau die letzte Entwicklung. Äh, mit, äh, Zeprone. Das hast du alles gehuntet. Ähm, also ich hab jetzt hier... Kann ich dir gleich mal zeigen. Nach, nach dem Kampf zeig ich dir erstmal. Also ich hab Knufensa gehuntet. Ich hab Navita gehuntet. Ich hab Pachirisu gehuntet. Und ich hab, ähm, Haspiror gehuntet. Die vier bis jetzt. Und ja, genau. Und ich auch vier. Und die vier hab ich auch geschafft. Das sind so meine vier Hands gewesen. Ja, Mann. Also die haben auch alle funktioniert. Ich hatte aber auch wirklich Luck. Lack. Also richtig Luck. Teilweise die Chain bis zu fünf Shinies hochgezogen. Und danach halt abgebrochen, weil die Chain auch nicht abbrechen wollte. Und ich dachte so, okay, fünf Shinies innerhalb von einer Stunde. Das reicht jetzt erstmal. Ich hab genug. Guck. Was kam da jetzt? Oh oh. Das war ein Fehler. Fritzelblitz, Starrerlilli und Bamelein. Bamelein ist eins zu einem Pokémon, den ich so gar nicht mag. Das hätte ich... Also, ähm, Starrerlilli, ja. Vogelpokémon geht immer. Fritzelblitz ist richtig cool. Und Darmierplex hab ich selbst really. Ob ich das mit, äh, in Vista aufnehme. Das hab ich aber dann doch nicht gemacht. Oh shit. Das sieht nicht gut aus. Das ist doch ein Käfer-Pokémon. So ein Feiertritt ist doch sogar viel besser. Woha. Jetzt klatschen. Ich hab auch ein Liste gemacht. Doch, glaub mir. Das lohnt sich. Der sieht so cool in Shiny aus. Damierplex? Ja, okay. Dann... Das ist... Das ist auch noch ein Liste drauf. Jetzt geht das schon wieder los. Dieses fehlt immer, ne? Bei 90 Prozent! Komm. Ei, 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 ei. Und grüße genau aus, wenn wir die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Ja, ich war auch lange am überlegen, aber als ich es live gesehen habe, dachte ich mir, okay, hat sich definitiv gelohnt. Ja, okay. Okay. Dann werde ich mir das auf jeden Fall mal gönnen. Fußstampfer. Ein kleines... Äh... Ein kleines Lavika, was Fußstampfer macht. Okay. Ist sogar richtig stark, Alter. So, weiter. Ich will gar nicht die ganze Zeit kämpfen, Leute. Dementsprechend werde ich... Oh, da ist noch ein Doppelkampf da oben. Sandsturm. Ne, das wundert mich jetzt nicht, dass ich hier einen Sandsturm bekomme. Ähm... Okay. Ähm... Ja. Ne, das sieht nicht gut aus. Ach, shit. Ich weiß gar nicht, was ich so viel... Was so viele haben, aber ich mag das Game und die Methode. Radare handen mag ich auch eigentlich. Ja, also ich habe auch jetzt für mich festgestellt, es war ja wirklich sehr viel Hate unterwegs, äh... Wegen dem Chibi-Style. Ähm... Klar, es gibt, äh... Sehr große Mängel an dem Spiel. Zum Beispiel, dass es halt nicht von Gameplay gemacht wurde. Man es halt einfach merkt. So, weil man halt überall hängen bleibt und, 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 äh... Die, äh... Pokémon-Spawn, äh... So von der Zeit her, wenn man durchs Gras läuft, man merkt halt, dass es halt anders ist. Also, wenn man so nach einem halben Tritt, äh, schon das nächste Pokémon, äh... Spawnt, äh... Also, dann ist da irgendwas, äh, falsch eingestellt, finde ich. Aber das Shiny-Hunten mit dem Radar ist halt übelst broke. Das ist halt genauso geil wie in Pokémon Let's Go, wo die schon gesagt haben, äh, das ist alles viel zu einfach. Alter, wenn du da deine Chain voll hast, kannst du halt Pokémon handeln bis zum Gehtnichtmehr. Also, Shiny-Pokémon. Das ist megacool, macht voll Spaß. Hat mich richtig... Das ist also das, äh... Das Shiny-Fieber hat mich auf jeden Fall in dieser Edition wieder ordentlich gepackt, muss ich sagen. Das ist halt richtig cool. Da können die Leute sagen, was sie wollen. Das macht mir Spaß. Und ich mag Diamond and Pearl auch. Ich mach die früher schon. Die einzigen Editionen, die ich halt so gar nicht mag, sind halt einfach, äh, Sonne und Mond. Die sind kacke. Aber ansonsten hab, äh, mochte ich alle Editionen. Es gab jetzt, äh, selbst Schwarz und Weiß fand ich mega nice. Und ich hoffe, dass sie das auch als nächstes Remaken. Nun... So. So. So, 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 so... Ja, so. Sollte finster Aura nicht eigentlich alle Pokémon treffen, weil es halt eine Aura ist, die sich verteilt vom eigenen Pokémon weg? Voll nicht in Ordnung. Nur das mit dem, dass die freien Pokémon im Untergrund nicht als Shiny-Variante in der Overworld erscheinen, das finde ich natürlich kacke. Das ärgert mich, aber sie haben es ja gut ausgeglichen mit dem Shaking im Grasbüschel, das dann halt so shiny sparklet. Das ist halt schon eine geile Alternative dazu. Aber dass sie seit Pokémon Let's Go gesagt haben, wir machen keine Shinies mehr Overworld, das ist halt einfach scheiße, weil das ist das, was alle geil fanden. Niemand hat gesagt, scheiße, dass man die Shinies Overworld sieht, das gefällt mir gar nicht. Alle fanden das so mega cool und Game Freak oder beziehungsweise Pokémon sagt dann, nee, machen wir nicht mehr. Nee, das machen wir gar nicht mehr. Das ist raus. Ja, aber hast du mal im Wasser einen Ball geworfen? Ein Wasser? Also du meinst Hähne in der Edition? Weiß ich nicht, bestimmt. Hätte ich irgendwas beachten sollen? Gibt's da irgendwas zu beachten? Also ich hab schon Pokémon im Wasser gefangen. Da spiegelt sich der Ball so insane. Ihr Gefühl spiegelt sich hier in diesem Spiel alles. Da wurde jemand extra dafür bezahlt, einfach den Boden überall zu polieren. Deswegen ist der Boden überall glänzend, sodass es sich überall spiegelt. Ja, hätte Game Freak niemals gemacht. Ja, also ich sag ja nicht, dass die Firma halt komplett alles scheiße gemacht hat. Aber ich ärgere mich halt, dass auch so viele große negativen Sachen mit dabei sind. Aber natürlich haben die auch ihre positiven Sachen, klar. Ist halt wirklich so. Man bräuchte einfach eine Kombination aus den Erneuerungen von der Firma, die das gemacht hat, plus die alten Standards von Game Freak. Und das müsste kombiniert werden. Das wäre halt obernice. Aber Game Freak hat halt immer viel zu viel Angst, da irgendwas Neues zu machen. Ja, Background und Grafik sind halt wirklich gut gelungen. Aber die Motorik in dem Spiel, da merkt man halt einfach, dass Game Freak da mehr Ahnung hat, was die Motorik angeht. Und dass da halt vieles anders ist. Und das fällt halt mir persönlich auf. Aber von der Grafik her haben die 1A-Leistung erbracht, wirklich. Nur den Chibi-Stil, den hätten sie weglassen können. Die hätten die Grafik hier von den Figuren halt auch in der Overworld mitnehmen sollen. Und das nicht alles in kleinen Chibi-Stil packen sollen, nur wegen Zeitmangel. Das ist halt einfach meine Meinung. So, bin ich jetzt auf Route 30? Das ist 128, ne? Ich glaube, Grafik und Background von Ilka und Motorik von Game Freak. Ja, das wäre halt optimal gewesen, wirklich. Was ist das denn für eine Tür? Hallo, Herr alter Mann. Dein Streben nach Erfolg hat dich also hergeführt. Nun dann, so sei es. Deine Leidenschaft soll belohnt werden, und zwar mit unglaublichen Attacken. Ich spreche hier von ultimativen Attacken. Soll ich einem deiner Pokémon einen beibringen? Kannst du das denn? Ja, Lobok kann Lokanonade erlernen. Wieso kann Plebrin keine Aquahobits erlernen? Ist ja richtig lame. Ach, nur die letzte Entwicklung, ne? Flora-Statue. Warte mal. Das ist eine Ferne-Attacke und... Nee, will ich nicht. Wäre auf jeden Fall ein geiles Spiel geworden, definitiv. Ah, okay, wir sind hier auf der... Oh, was sind wir hier? Hier werden wir den Shiny Hunt machen. Ist natürlich unter erschwerten Bedingungen. Durch den See... Durch den Se... Seestand. Nee, durch den Sandsturm. Wechselhülle. Hm. Okay, ähm... Das Ergebnis war ja eindeutig, ne? Genau. Ja, dann... Dann, äh, ja... Würde ich sagen, legen wir, äh, mal los mit dem Scheinjagen durch. Äh, ich werde das mit dem Nigma-Stein aufleim... Oder in Nigma-Fragment aufleim machen. Ja. Mal abspeichern. Und dann... Dann... Brauche ich natürlich noch einen... Schutz. Einen Superschutz. Oh, das könnte fatal werden. Irgendwann, shit. Oh, ich sollte hier auf jeden Fall mal wieder... Aufheben. Kampfhander auch aufheben. Weiß einer von euch, äh, was es auf sich hat mit, 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 äh, dieser, ähm, mit diesem Favorit? Mit Y. Hier, ich hab diese zwei Sachen auf Favorit. Was hat denn Favorit mit, ähm, dem Registrieren zu tun für die vier Spots? Die, die Schnell, äh, Spots. Ich versteh's nicht. Wofür ist dieses Favoritisieren mit dem Stern hier? Weißt du auch nicht, ne? Ich denk mir so, hä? What the fuck? Wofür ist das denn? Und ich hab Mitte halt schon geguckt. Ich find nichts dazu. Ist absolut gar nichts. Oh, Fautschauknopf. Okay. Wir legen los. Ähm, ja, eins, zwei, drei, vier. Der hier oben in der Ecke. Der ist neben der Blume. Ist das schlimm? Ich glaub nicht. Nimm den. Der ist am weitesten weg. Ähm. Wie Bravia. Hm. Scheiße. Mit dummen Sachen beschäftige ich mich nicht. Verständlich. Kann ich verstehen. Ja, Bravia, ähm, ey, die werden voll schwer zu fangen. Seh ich jetzt schon. Ne. Wir wollen kein Bravia. Wir wollen ja schon in die Vorentwicklung. Okay. Hippoteros. Ich sollte vielleicht kein Letto-Pokémon hier in der Wüste, wo die ganzen Sand- und Erd-Pokémon benutzen, äh, sind, benutzen als erstes. Ich bin ein sparsamer Radar-Hunter. Ja. Was meinst du damit? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Scherok. Ja, Scherok ist bei mir gestorben. Das ist bei mir leider abgenüppelt. Was ist das denn? Ich bin scheiß. Hä? Was ist denn mit Knacki? Toll, es sind halt beides, äh, die versteckten Radar-Pokémon. Das ist einmal, äh, Knackleon und einmal Brava. Äh, wie Brava, meine ich. Ich will halt Knackleon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Welt raus sieht. Aber ja, irgendwann schon. Aber ich hätte schon gerne zuerst einen, äh, Knackleon, damit ich halt wirklich alle Pokémon als Shiny, äh, aus der Evolutionsstufe habe. Wenn ich jetzt mit, äh, wie Bravia anfange, dann habe ich halt Knackleon einfach nicht. Das finde ich doof. Die Brava, die Bravia, die Brava. the bestens für saßt die Brava, die Brava. ahhhh, king m3, 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 b1, m3, 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 m1, m3, m6, m3, m!!! Der Evoli ist auch ein cooles Shiny, definitiv. S.R. Diktri? Ach du Scheiße. Hi Diktri. Den hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Und das ohne Haare. Ich hätte gar nicht. Geh aber gar nicht! Ey, das ist doch alles richtig kackel. Alter, gibt es hier überhaupt einen Knackleon? Ich bin da nur ausgesucht. Noch nicht eins gegeben. Das bietet sich auf jeden Fall an. Am besten kann man ja beim Anwesen da, bei den zwei alten Leuten kann man am besten Geld haben. Das hatte ich gestern gemacht. Immer wieder 16.000 pro Kampf mit dem Kampf Thunder. Das ist halt meiner Meinung nach die beste Variante um Geld zu farmen. Das wird auf jeden Fall hier anstrengend. Achtzehn... 13.000 beim Schnösel vor Sonnenweg. Der hat nur Luxio. Ach was. Stimmt, das müsste eigentlich gehen. Da haben hier Plex auf jeden Fall. Ähm, Togepi. Also die, die halt auch in der Abstimmung drin waren. Aber das hat jetzt Darmier Plex mit dazugekommen. Aber jetzt gerade eigentlich, ähm, Knackleon. Was noch nicht einmal aufgetaucht ist. Warte mal, ich glaube, ich weiß auch warum. Echt jetzt? 23.000? Und ich bin bei dieser blöden alten Frau, die mir nur 16.000 gibt. Ich fühle mich verarscht. Aber danke für den Tipp. Dann werde ich auf jeden Fall mal dahin gehen. So, wir sind, ähm, gute 228. Insinno. So, dann zeig mir mal gerade. Ähm, wir haben jetzt doch. Dö, 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 dö. Hat halt nur 2% Chance zu erscheinen. Kacke. Letzte Problem. 2%! Alter Schwede. Mit Münster mit bei circa 23.000. Ohne sind es 18.000. Yo. Yo. Das ist auf jeden Fall gut. Hier die 2%. Ne? Gucken wir mal, wie wir sie voll haben. Das wird dauern, Leute. Ich hoffe, ihr habt Geduld mitgebracht. Ich hab's ja auf jeden Fall. Ähm. Hä? Er hat schon rigged. Warum gehst du mit dem Schrittzähler? Äh, weil ich dann direkt immer 50, äh, Schritte abzählen kann und den Kampf, äh, den Radar direkt wieder benutzen kann. Warum muss ich nicht irgendwie so auf, äh, ungefähr tippen, jetzt kann ich den Radar wieder benutzen, sondern weiß halt ganz genau, okay, 50 Schritte sind auf jeden Fall jetzt gegangen und der Radar ist wieder, äh, funktionsfähig. Weißt du? Deswegen, wenn ich hier 50 Schritte gegangen bin, weiß ich, Radar ist wieder am Start. Sechs aktual. Äh, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. 2.000 over 9000 wenn ich bitten da hallo ach das habe ich mir auch beim anderen das habe ich mir bei dario abgeguckt weil der es auch so gemacht hat beim shiny hunting zero ist alles viel zu nah und man kann die vier felder safe zählen lassen definitiv der was meinst du mit dass man die safe zählen lassen kann die vier felder ja den abstand von den feldern zum wackelnden gras warum ist das jetzt die haben die haben schon standard verschiedene farben dann gibt es einmal so den gibt es nicht so dass ich eben ein shiny hippo teros hatte oder war eben schwarzes und ich habe jetzt eins was nicht ganz schwarz ist okay ja stimmt zwar weiblich männlich also du meinst hier kann man das besser zählen als bei den alten teilen mit dem gras ich glaube ich scheiß drauf mit dem einfachen brava den gab es damals auch das richtig schon praktisch stimmt stimmt das stimmt das darfst du recht hast du recht schön abzählen alles das nervt doch lieber manki ich probiere es jetzt noch drei mal wenn dann kein knackleon mit dabei ist dann scheiß ich drauf ganz ehrlich wie nervig ist denn das machen das hier schon seit einer halben stunde und noch nicht ein einziges gesehen ob es hackt eins das habe ich gesagt drei ne das habe ich gesagt hey das waren zwei schritte definitiv was ist das denn für eine scheiße hier alles auf einem auf einem haufen wie brava toll zwei da oben aufeinander und zwei da unten aufeinander was für ein scheiß drei vier eins das war nochmal drei okay das ist halt richtig nervig geht sofort weiter was hatten wir eben noch gesagt außer damierplex welches pokémon noch geil wäre zu handen was waren da noch wir hatten nur noch eins damierplex ne ich glaube es waren alle oder hier neue umfrage macht mal ich werde mal hier gerade mal ein restart machen damit meine ganzen items jetzt wieder da sind und dann nehmen wir halt das nächste pokémon shiny hand manki war vorhin ich weiß aber ich habe manki jetzt bewusst rausgenommen weil ich manki eigentlich als shiny auch schon gehuntet habe und auch schon mein besitz ist damierplex ist ein schwarm pokémon kann man dann überhaupt kann man dann überhaupt davon ne chain machen also mit dem radar ist sowieso nur pearl also ignoriert damierplex krieg gar nicht auf meiner edition kann ich nur übertauscht bekommen aber nur auf diamond ja auf pearl ich habe halt diamond deswegen es ist halt komplett raus zumindest sagt das poke wiki das ist auf meiner edition nur übertauscher erhältlich riest ja damierplex geht gar nicht das ist halt echt scheiße zick zack ist bei mir aktuell stimmt zick zack ist was zick zack ja super ähm okay dann war blue ich würde auch sagen war blue das goldene war blue why not goldenes war blue okie dokie okie dokie damierplex hat gewonnen kreis kreis pablo ähm ja 211 gehen wir doch mal zu 211 äh hier oder und grüße graus herzlich willkommen wir haben uns gerade dazu entschieden von knackleon weil es nicht einmal nacheim schon aufgetaucht ist gehen wir über zu einem war blue weil war blue ist nämlich ein echt cooles pokémon und ich habe noch keinen goldenen so das wäre dann hier oh hier gibt es sogar Waffen zu holen richtig gepflanzt bestimmt weg da weg 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 da grana die grana bären ich habe glaube ich eine neue Beere bekommen ich will mal einpflanzen gerade ja hier und hier so viele ey wir können die einpflanzen die beiden und die anderen beiden ja und dann können wir wieder wenn wir Glück haben zwei mit zwei Gießkannenportionen alles gießen aber wenn es halt wieder ein bisschen buggy ist dann brauchen wir doch drei Kammerrot Kamut so das heißt wir gießen jetzt einmal hier müssten wir die ersten beiden gießen ja hat funktioniert und hier ich gucke nochmal gerade wie die die Fangrate ist von war blue putte 211 so wir haben war blue oh wir haben ja auch rabauts hier genau rabauts war das was ich noch meinte also wir haben hier einmal ach ewig genau teil und ah ok ja 12% äh war blue ne war blue ja ja also es wäre auch rabauts wäre eher so ewig genau teil aber wir sind hier schon und ich muss ich mach was ne ist auch voll in Ordnung 12% 10% äh Dropchance ist dann doch in Ordnung ok ähm dann machen wir erstmal ne machen wir das machen wir so hä das muss ich doch oh man aufheben aufheben nochmal drückt Knöpfe und es passiert halt einfach nix ne Reaktionszeit von diesem Spiel ne ok es ist ja coole blätter hier muss ich sagen finde ich ja cool mediti sind wir schon auf dem richtigen teil oder wenn ihr gleich in rabouts kommt 10% 10% ist auf jeden Fall besser als 2% da ist es da ist es oh my god die Chain kann begonnen werden oh geilo und es ist auch nur Level irgendwie 20 26 oder sowas oder 24 25 so in dem Dreh welches Level hat es 28 ist halt noch total legitim zum Fangen ne ok endlich können wir die Chain starten so wir sind seit einer Stunde 37 am Stream und der Shiny Hunt beginnt jetzt und Chain ist direkt gebrochen als hätte ich es nicht gecallt als hätte ich es nicht gecallt ey what the fuck warum ok neue Chain bitte das ist doch richtig lame oder geht schon gut los hier meine erste Chain ist bei 1 gebrochen ja ich glaube das wird heute kein guter Tag hast du Angst los 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 Maschok, was willst du denn? Scheiß Kampfpokémon hier überall Mann, Mann, Mann Ponyta, okay Toi Nablu hat keinen Bock mehr, ich seh schon Okay, ähm, ja Nee Drei Ist der da hinten, ne? Der hier Mein erster Chain für heute Ist jetzt bei 12 Über 10 ist schon so ein kleiner Erfolg Finde ich, über 20 ein großer Erfolg Wenn der Chain dann ab 25 Abbricht, ist es halt ein großer Missfolg Das hatte ich nämlich beim letzten Aber ich hatte ja noch noch Luck Aber trotzdem, ist halt schon ärgerlich Äh, ja Die sind alle nebeneinander Bis auf der Der ist halt Von allen Was denken wir mit denen Jetzt schrei doch nicht so Ich dachte immer, die Augen, äh, die Löcher an der Seite sind in seiner Augen Bis ich dann irgendwann gemerkt hab, das sind ja Äh, nee Die Augen sind halt, äh, die beiden kleinen Knöpfe da weiter oben Wie er ja auch auf und zu macht Das Pokémon immer aus dem falschen Blickwinkel gesehen Komplett falsch interpretiert alles Es ist halt alles dumm Ja, genau Das ist jetzt wieder gebrochen Nachdem ich das gefangen hab Weil das halt Keine 4 entfernt war Das ist doch richtig kacke Hab bei Schwalbos 10 mal 39er Chain Die abgehoben sind Wow, 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 wow Was heißt denn 10 mal 39er Chain Also du hattest schon die 39er Du musst ab 39 Musst du keine Pokémon mehr fangen Ist dir schon klar Wenn du 39 hast Dann musst du nur noch den, äh Den, den, den Den, den Resetten Ab 39 kannst du aufhören zu fangen Dann kannst du anfangen zu resetten Den Detektor Ich hatte nach, äh Hatte 39 Meinen Meinen Chain Und hab dann direkt so Zwei Resets später Direkt meinen Shiny bekommen Und das hat dann halt auch Die besten EV, die man kriegen kann So, mal gucken Hab ich jetzt noch eine Chain Äh, aber bei 40 sind es doch 1 zu 99 oder nicht Hab ich auch gedacht Ähm, das 40ste Pokémon Äh, das du fangen willst Das ist schon Die, äh, 99% Also die 1 zu 99 Ne, es sind dann schon 1 zu 99 Ich hab's auch Ich hab's, wie gesagt Ich hab's erst auch nicht geglaubt Aber nachdem ich das halt dann Selbst gemacht habe Äh, die Chain, äh, äh Mit 39, äh, hab ich aufgehört Und hab dann angefangen Zu resetten Und direkt zwei Später hatte ich halt Mein Shiny Also du kannst ab 39 Schon anfangen zu Shiny handen Und kriegst dann halt auch Ein Shiny, was halt Die besten, äh, EV hat Really, really Also ich hab's dann Ich hab's selbst ausprobiert Und es hat bis jetzt Immer funktioniert Wenn ich bei 39 Aufgehört hab Und dann angefangen hab Zu resetten Also du hast schon Zehnmal hast du, äh Hättest du dir Da Shiny quasi Schon gönnen können Sozusagen Krass, ey Die ganzen Informationen Aktuell zu dem Shiny Hand hier bei Äh, bei der Edition Sind halt noch Alle ein bisschen schwammig, ne Weil das halt Alles noch neu ist So, ich glaub Ich mach jetzt Mit Wiederball Weiter Deswegen Ich fand so Seit dem Sechsten Krass, ey So lange Aber, aber Natürlich auch Anlag mit dabei Dementsprechend Ist schon echt, ja So ein Scheiß Ja, wirklich Oh Mann, ey Also du kannst Wirklich schon Ab 39 Anfangen Zu resetten Hä? Ich hab gerade Hä, warum bin ich Da durchgelaufen? Was richtig Krasse Was ich noch Gar nicht hatte Ist Ein Random Encounter Von Shiny Während der Chain Also Das Lavita War halt Wirklich Auch ein Random Aber es war Halt ein Äh Ein Shiny Shake Von dem Gras Wo ich wusste So nach dem Nach der zweiten Chain Okay, das ist Definitiv ein Shiny Weil Es sparkelt halt Aus dem Gras raus Aber so richtig So ein Random Encounter Wenn du das Pokémon Äh, quasi Encounterst Und dann erst Das Shiny Äh, da ist Das hatte ich noch nicht Das wär auch geil Ich bin jetzt bei 16 Ich bin jetzt bei 3 Ist halt wirklich Lack, ne Das ist halt einfach Entweder du hast Glück Oder du hast kein Glück Du kannst halt nie Auf volle 100% kommen Weil immer diese 7% Äh Wahrscheinlichkeit Besteht, dass die Chain Bricht Und ich find's halt einfach Bescheuert Ja, da ist irgendwie So gar nichts dabei Äh Die Felder da sind Halt auch irgendwie Äh 4 Also das sind halt 1, 2, 3 Und ne Das ist mir alles zu unsicher Es fühlt sich an Als ob es 7% Bestehen bleibt Ja wirklich Ja wirklich Ist halt wirklich so Ich mach nochmal Neu Reset Weil das ist mir alles zu Äh Schwammig hier Ja nur der hier oben Der ist halt Genug entfernt Den können wir nehmen 7% Ich hab hier grad nebenbei Bei Matti so ein Ähm Trailer zu Elden Ring Am laufen Und Ist halt mega nice Ne Elden Ring Ich freu mich da so krass drauf Kommt natürlich erst am 25. Februar raus Vorher haben wir Die neue Das neue Pokémon Spiel Wo ich auch sehr gespannt drauf bin Äh Aber Elden Ring wird auf jeden Fall auch gesuchtet Definitiv Ich hab äh Vor Weihnachten Also die 2 Tage Bevor ich äh weggefahren bin Also vor dem 23. Hab ich mich ja weggefahren Nach Rheinland-Pfalz Zu meinen Großeltern Und meiner Mom Zu Weihnachten Äh Hab ich innerhalb von 2 Tagen Dark Souls 1 durchgespielt Ey Ich hab mich wieder Wie Alter das war so easy Ich hab sogar äh Gwen den Endgegner Mit 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 äh Drei äh Parry Hab ich den besiegt Dreimal geparried Äh Gegenangriff gemacht Also so ein Frontstep Der war weg Ich dachte so What the fuck Bei dem ersten Durchgang Hab ich so lange gebraucht An Gwen An dem Endgegner Von Dark Souls 1 Kenn ich nicht Wie du kennst Dark Souls nicht Was Dark Souls 1 From Software Spiele Was ist da los Es hat einfach Es war einfach so 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 krass Ne Halt ab Und der Endgegner War halt einfach So so easy Also der Der kommt Der Endgegner Von dem Spiel Was ist das denn Äh Was ist der hier Der war halt so einfach Wie gesagt Drei Parry Und weg war der Und ich dachte so Krass Beim ersten Mal Hab ich da irgendwie Das hatte ich ja auch gestreamt Erst vor ein paar Monaten Hier noch Hab ich ja hier in der Wohnung Erst gemacht Dark Souls 1 Komplett durchgespielt Gwyn Ist ohne Parry Echt schwer Aber mit easy Ja aber das wusste ich halt nicht Also ich wusste ja Am Anfang gar nicht Dass man überhaupt Parryen kann Und ich hab hier Als ich das Spiel Endlich mal durchgespielt hatte Vor ein paar Monaten Ich glaube es war vor 6 Ähm Hab ich den ganzen Abend Im Stream gebraucht Hab rumgeschrien War sauer Bis dann sogar mein Nachbar Hochkam und sich beschwert hat Weil es halt schon 12 Uhr war Ähm Und da hatte ich den gerade Besiegt gehabt irgendwie nach Keine Ahnung Drei Stunden Und ich bin halt nur Ich hab den besiegt Nur mit Ausweichrolle Und Uchi Katana Richtig krass Aber diesmal hab ich ihn halt besiegt Was hatte ich Äh Die Großkeule Äh Plus 15 Und äh Drei Äh Parry mit Frontstep Besiegt Beim ersten Mal First try Richtig gut Nein Nein Ach nö Hab ich den gefangen oder besiegt gehabt gerade Ach nö Guckt mal The chain Ist weg How rude Das ist halt richtig ärgerlich Ne Ich mein die waren auch nicht über 10 Also dementsprechend Ja Pfft New Kann man Ja Kann man eigentlich die Äh Four Kings Kann man die auch parryen Ich glaub nicht ne Welche Endgegner kann man denn überhaupt Alle parryen in Dark Souls 1 Gibt gar nicht so viele Ich hab bloß damals Ornstein und Smaug In der falschen Reihenfolge gemacht Welches ist denn die falsche Reihenfolge Dass du halt zuerst Smaug Äh Ne Quatsch Du machst zuerst Ornstein Und danach Smaug Ne Also den Fettklops machst du zum Schluss In DS1 nur Gwen Ja das hab ich mir fast gedacht Kann man die Abbey's Watchers Kann man die Parryen Weil die sind ja In der ersten und zweiten Form In Dark Souls 3 Richtig richtig schwer Aber wenn man die parryen könnte Wäre es halt easy Und die benutzen ein Schwert Und alles was bei mir Alles was in Dark Souls ein Schwert benutzt Kann man parryen Oder nicht Ich sag immer Gwen Weil Gwen halt so ein typischer Name ist Aber das Ding Der König ist ja eigentlich Gwen Oder Ich hab nur Dark Souls 1 gespielt Weiß ich also nicht Okay okay Alles klar Ich dachte vielleicht hast du auch Ahnung Von allen anderen Dark Souls Teilen Also ich hab das jetzt auch Bloodborne durchgespielt Dark Souls 1 durchgespielt Dark Souls 2 bin ich halt dran Hab ich aber jetzt pausiert Weil Ist halt das schlechteste Dark Souls Teil Ne Kann man anders nicht sagen Ist halt einfach Schlecht Und Dark Souls 3 Hab ich nur Informationen zu Durch Let's Plays Aber noch nicht selber angefangen Kommt aber noch Aber ich bin halt gerade gehypt auf Elden Ring Im neuen From Software Teil Und Sekiro hab ich hier auch noch liegen Muss ich auch noch irgendwann spielen Eigentlich alle Dark Souls Teile Fällt mir mal gerade so auf Äh alle Ne ich hab gar nicht alle From Software Spiele Mir fehlt Demon's Souls Weil es das nur für Playstation 5 gibt Und die hab ich ja nicht Leider Jetzt nochmal zurück zu meiner Chain eben Hab ich die bewusst zerstört Oder war es halt random Hä Was ist das denn wieder für ne Kacke Ich hab auch nur ne Switch Also wird die erste Zeit nur Bei 1 bleiben Hm Gibt's Ah ja Dark Souls hat nur Dark Souls Äh also die Switch hat nur Dark Souls 1 Stimmt Weil alles andere ist halt Äh von der Framerate Nicht möglich Bin bei einer 20er Chain Ja geht's set Geil Läuft Ja ich hab Gar keine Chain Schade Komm schon War blue Kommt es nie Komm es muss nur bis 39 werden Ja ist so Das sind halt noch 19 Du bist grad bei der Hälfte Ja Gönnung kommt Die Gönnung kommt Wenn ich schon keine Chain Hinkriege In diesen Run Dann wenigstens du Damit ich mich nicht ganz schlecht fühle Hier kommt ja nicht mal ein War blue Aber ich hatte auch beim letzten Mal halt einfach zu viel Luck Also das mit Lavita war halt einfach Luck over the top Ich bin ein Witz 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 gönnung nein klingt GURGURGURG Ähm, ja ist klar, dass es überhaupt gar nicht wieso 35? Gönnung. Komm schon, Wablu. Nein. Das hat dieselben Farben wie Wablu, aber du bist keins. Du bist einfach nicht da. Das sind nicht so Rüden, die ihr sucht. Bei mir hier ist gar keine Gönnung, ich merke schon. Ach ja, es kommt ja auch ein zweiter Teil von God of War raus. Ich habe den God of War Teil nicht gespielt, aber das soll ja richtig gut sein. Ich hatte Altaria am Durchspiel-Team. Ja, Altaria ist aber auch echt ein geiles Pokémon, ganz ehrlich. Das ist so ein anmutiges Pokémon. Das ist einfach mega. Ich liebe es. Das ist halt schon wieder rigged, weil hier wieder zwei nebeneinander sind. Und das heißt ja schon, dass da die Prozentzahl noch niedriger runtergegangen ist. Das ist mein erstes Pokémon, was ich auf Level 100 trainiert habe und habe es Twitch-Abo genannt. Ok. Komischer Name. Ja, aber warum nicht? Hä? Was ist das hier? Das, was immer alles um mich rum hier stattfindet. Leute, spendet mir ein bisschen Lack. Kommt schon, ich habe heute keins. Einfach mal so ein bisschen die Würfel werfen. Bitte. Mann, das ist halt... Zehn Prozent! Wo sind die? Ich merke da nichts von. Hier ist einfach kein Lack vorhanden. Sandlack. Dankeschön. Hm. Hm. Ich hab doch noch nichts. Doch, ich hab heute schon Müssi hier. Was sagen wir? Oh, 15 Uhr. Shit. There is time. Enough time. Ich hab heute schon mal. Wablu ist halt out of order, wie es aussieht. No Wablu incoming. Vacherox ist so ein geiler Hand, so ein geiles Hand-Pokémon. Da ist so wenig Schaden immer frisst. Kann man Scherux? Du meinst Sichlor oder nicht? Weil Scherux kann man doch gar nicht. Ach so. Du meinst als Pokémon, was man einsetzt gegen die. Es kommt immer drauf an, welche Attacken man gegen es einsetzt. Ob es viel oder wenig Schaden frisst. Das ist so ein hoher Verteidigungswert. Genau, einzige Schwäche ist Vierfach Feuer. Da ist es! Da haben wir es! Luck ist da! Endlich! Geil, richtiger, geiler Tank. My Defender. Okay, okay, okay. Wir machen mit Wiederball. Habe ich es überhaupt schon? Im Team? Oh Gott. Nee, kein Tank. Das ist schon ein bisschen tanky. Wenn es halt so viel aushält. Das ist ein Balk. Ein richtiger Balk. Das ist ein Balk! So, fängt die Chain jetzt an? Ja, 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 ja. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen den hier, oder? Ich, ich nehme den. Er kann auch gut austeilen. Tank und Ballwick ist ein Unterschied. Ja, okay. Tanks können halt nur kassieren, aber machen kein Damage. und ein Bull... Nur Bullig. Bull... Bullkick. Nicht Bullig, sondern Bullkick. Der Unterschied ist, dass es viel einstecken kann, auch viel austeilen kann, oder? Wie weit ist deine Chain? By the way. Ich starte jetzt wieder mit meiner. Hoffentlich für längere Zeit. War das die richtige Wahl? Es gab zwei Wahlen. Ja, war die richtige Wahl. Gott sei Dank. 1, 2, 3, 4, 5. Jupp, ist auf jeden Fall der hier. Ist halt jetzt die Frage, darf man, ähm, Shakes an Baum auch encountern? Oder ist dann die Prozentzahl auch runter? Weiß ich halt nicht, weil hier ist nämlich ein Honigbaum. Und der Shake ist halt direkt an diesem Honigbaum. Ich glaube, ich werde einfach mal nicht das Risiko eingehen. Die sind alle nebeneinander. Das ist auch, äh, kann ich nicht akzeptieren. Genau, Tanks sind meistens, äh, Leute, die viel einstecken und lange leben und bullig, äh, bullkig, äh, wisst ihr, dass es gut tankt, viel austeilen kann. Okay, 24 oder 25 muss ich mal schauen. Oh, das hört sich doch schon gut an. Auf jeden Fall gut dabei. Ähm, 1, 2, 3, 4. Hm, dieser nimmt man, ahhh. Der hier ist auf jeden Fall 45. Wir nehmen den. Komm, scheiß drauf. Risiko 24. Okay. Ich mach Risiko. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Ich und meine Risikos, ne? Zweite Chain. Von Wabla Blue. Wababa Blue. War es die richtige Frage? Ja, es war die richtige Frage. So happy. Die beiden sind auch wieder dem, ey, das ist doch wieder kacke. Das ist so rigged gerade schon wieder. Alle nah beieinander und der, der gehen würde, ist halt einfach neben den anderen. Das heißt, nehm ich nicht. Nö. Ich gar nicht 1. Nö. Ich bin wieder hier unten in die Ecke. Also, beziehungsweise hier hin. Ups. Falscher Knopf. Äh, ich werd mal hier gerade auf 0 setzen und dann tschakadum. Ja, das ist auf jeden Fall nur der hier möglich und der ist sogar noch ein Feld entfernt von dem Baum. Das heißt, schon irgendwie nicht. Gott, der sei so gedankt. Ich muss auf jeden Fall ähm, Horizon nochmal spielen. Ich hab das nie durchgespielt. Hab das auf der Konsole gespielt. Hab gehört, dass es halt auf dem PC mit Maus, weil man halt auch so krass zielen muss, äh, besser sein soll. Und es ist auch wirklich, einen Controller zu zielen mit, äh, in Horizon Zero Down ist halt wirklich, wirklich schwer. Deswegen hab ich's nie durchgespielt. Ich könnte's mir halt nochmal für'n PC holen, theoretisch. Aber dann kann ich's halt nicht streamen, dann kann ich's nur offline, für mich, äh, privat spielen. da will ich jetzt nicht gucken, will ich nicht, will ich nicht jetzt nachgucken. No, no. No, no, no. Hier ist noch die geplant. So, Chain. Die Chain geht, die, 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 die Chain geht weiter. Die Chain. Die Chain. Eins, zwei, drei, vier. Aber das ist da, der hier ist ja viel weiter mit, ne. Also der muss ich die Birgit. Because, I want to. Da blue. Da ba ba blue. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Nummer 5 This is Mambo Number 5 Der hier ist weiter weg Nehmen wir den, der am weitesten weg ist Das ist A und O Wenn ihr die Wahl habt, nehmt immer den, der am weitesten weg ist Wenn es dann irgendwie zwei Stück sind, die gleich weit weg sind Das ist halt immer Links oder rechts, links oder rechts Aber ansonsten immer, dass es am weitesten weg ist Das ist die höchste Chance, dass die Chain weiter geht Minus 7 Die höchste Chain Chance Minus 7 Don't forget it Und Grüße genauer, was ihr gerade neu zugeschaltet habt Herzlich willkommen im Stream Ah, okay Das ist wichtig, wirklich Wenn, keine Ahnung, drei Stück sind, die mehr als vier Felder weg sind Trotzdem mal den nehmen, der am weitesten weg ist Weil die Chance dann doch höher ist Weil die Chance dann doch höher ist Das, es geht weiter 1, 2, 3, 4, 5 Da haben wir eine 5 Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Der hier ist am weitesten weg, ne? Das heißt, ich nehme lieber den hier Was ich mich gerade gefragt habe, als ich es gesehen habe Sind Der Schnabel und Die Die Krallen von Wabu auch aus Wolken So wie die Wie die Flügel Weil die sind ja auch weiß Also theoretisch Könnte Schnabel und Krallen auch aus Wolken sein Just Asking Frag für einen Freund Es geht weiter 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Das sind Oh, das ist halt böse, ne? Äh 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Jetzt habe ich wieder genau das Problem Mit den oberen oder den da unten in der Ecke Sind beide gleich weit weg Ähm Von der Anzahl der Schritte her Dementsprechend Äh Muss ich jetzt wieder entscheiden Wen nehme ich Oben oder unten Oben oder unten So vom Feeling her ist der untere weiter weg Soll ich den unteren nehmen? Oder lieber doch den Ich nehme den oberen Könnte ein Fehler gewesen sein Ja, das wird sich gut ausstellen Ich hätte auch das skippen können Und nochmal neu resetten können Aber ich dachte Ein bisschen Risiko muss sein Nicht die Ränder Die sind Das waren beides Ränder Ich weiß Normalerweise nicht die Ränder Aber Das waren halt beides Ränder Aber mit Ränder ist nicht gemeint Dass es halt eingekesselt ist Von irgendwelchen Wänden Sondern schon Das Ende vom Gras Oh, ich bin eingekesselt Oh mein Gott Allgemein Alter, ich bin komplett eingekesselt Das ist halt richtig rigged Das heißt, ich muss resetten Lassen sie mich durch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kann ja so durchwalken Also, weil den hier kann ich nehmen Ja gut, dann lasse ich die Ränder Jetzt mal komplett außen vor Vielleicht ist dann doch die Chance besser Dass das klappt alles Ich habe bis jetzt immer mit Rändern gemacht Weil Bis jetzt Hat es das nicht komplett beeinträchtigt Also Also ich hatte bis jetzt immer das Gefühl Die Ränder sind schon okay Oder ich hatte einfach extremen Lack Vielleicht hatte ich auch einfach extremen Lack Das meine ich halt Das ist halt noch Komplett schwammig Was die ganzen Informationen angeht Zum Shiny-Handen So Ich habe für mich jetzt keinen Unterschied gemerkt Aber es kann natürlich trotzdem sein Dass es so ist, ne 28 GG Fast geschafft Du bist Guter Dinge Kriegst von mir auch Ich drücke die Daumen Wirklich So wie mir selber auch gerade Ja, ich hoffe es auch Ah, eins, zwei, drei, vier Was ist halt der hier? Mein erster Arbeitstag rückt näher Muss ich gerade auch noch mal dran denken Weil ich gucke gerade so auf den Heute ist der 27.12. Erster Arbeitstag ist bei mir genau in einer Woche Dann beginnt mein neuer Job Bei der Sparkasse als Koch Als Vorstand Koch Scheiße ey Ich bin ja schon ein bisschen nervös Weil die Erwartungen auch so hoch sind, ne So Eins, zwei, drei, vier Ja, das sind vier Das ist hier Eins, zwei, drei Nee, das geht ja mal dran Eins, zwei, drei, vier Das ist schon der da oben Der hier, der ist es Vier entfernt Plus eins Durch einen zur Seite Eine Woche, eine Woche Wobei ich noch nicht mal Nein Nein, die ist gebrochen Echt jetzt? Bei 30? Oder was? Oh nein Es tut mir so leid Oh my god Das ist so ärgerlich Sag mal neun Das können wir so die auch von sitzen lassen Es tut mir so leid Leidem Was ist das denn? Voll der Haufen Ich kacke ab Ja, das ist halt richtig schlimm So, bevor wir Ich jetzt mit meiner Chain weitermache Ich werd mal Warte mal Wir sind bei elf Ich, äh Geh mal gerade auf Toilette Kurz Hinkeln gehen Und dann bin ich sofort wieder am Start, Leute Geht halt direkt weiter Na, instant Bis gleich Geh mal gerade auf Toilette Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben gesagt, wir machen keine Ränder mehr, deswegen mache ich hier mal ein Reset Die sind ja auch wieder alle um mich rum Aber der, der am besten geht, ist halt der hier oben Nimm mir den Machst du nochmal neue Chain jetzt? Ja, ne? Ja, muss erstmal ein paar Schwalbosse freilassen Ja, das ist auch noch ein Tipp, den ich hier geben kann Speicher bevor du den Shiny Hunt beginnst Ab, weil wenn er bricht, kannst du einfach resetten Und sparst dir quasi Die ganzen Materialien und auch das ganze Fang, ne? Wenn Home gehen würde Ja, das wäre richtig gut Dann könnte man die alle quasi Ähm, instant Und halt Verschenken Oder was meinst du? Wenn Home gehen würde Dann wäre ich sowieso schon hier richtig Okay Stimmt, dann kann man ja auch schneller freilassen Ähm, da sind eins, zwei, drei Das heißt, eigentlich bleibt jetzt nur der hier unten Deswegen nehme ich mal den Der ist halt am Rand Aber das ist jetzt für mich, wie gesagt Normalerweise Äh, kein Indiz dafür Dass, äh, ich eine geringere Chance habe Dass die Chain bricht Bis jetzt Ja, stimmt In Home kann man ja viel Kann man ja in ganzen, äh, Flächen freilassen, glaube ich Ne? Ich habe das bei Home, ehrlich gesagt, noch nie ausbildet so richtig Aber mir ist halt auch schon aufgefallen Dass man, dass es nervig ist Hier alle einzeln freizulassen Dachte ich so Oh nee, komm Doch nicht den Dass ich die Funktion noch nicht eingeführt habe Dass man halt irgendwie, äh, in größeren Flächen freilassen kann Das ist schon echt kacke So Die Chain geht weiter Lucky 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, ist halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hm 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guck, hier da oben ist halt noch ein bisschen Hier ist ein Meer weg Schneller freilassen Schneller freilassen Was haben wir denn hier? Oh Mann Wenn das Handy nicht richtig reagiert Was haben wir denn hier? Den Küchenchef gesucht Für Restaurant Baluchi Hallo, warum kann ich jetzt hier nichts mehr machen? Mein Handy ist gerade komplett Hä? Wieso reagiert mein Handy denn nicht? Alter Ich raste aus mit diesem Dreckshandy Ich probiere mir den Neues Ist halt echt schlimm Grrrr Mein durchgespieltesteam war Bodjolin Hundemon Geovards Shelterer Äh Twirklop Altaria Meins war Halt hier einmal Ampharos Äh Dann Ähm Dann Was hat mir noch auch? Shelterer Ähm Logok Ähm Dann Miss Magus Hatte ich noch mit drin Äh Galangladi Habe ich auch glaube ich mit drin gehabt Und Gengar Aber Gengar ist mir gestorben im Endkampf Gengar ist mir leider abhanden gekommen Der ist halt abgenibbelt Das war gerade schief Warum war das so schief? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 4, 6 Äh Äh Ich geh nimm den hier So Uh Das ist aber auch krass Hier so Geschätzte Äh Geschätztes Gehalt Äh Pro Jahr 44.000 bis 58.000 Ja gut Als Küchenchef Aber ich hab kein Barbof Restaurant Hütte nicht raus So Aber eigentlich wollte ich hier das nur zumachen Alles Zumachen 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 Und auch zumachen Und dann zack Wieder hier rein Genau That was the plan So Wir fangen das So Haben wir gefangen Haben wir Oh Immer diese Werbung Ja gut Es sind halt immer mal wieder Werbung dazwischen Ist halt auch Äh Support Äh Des Channels Ne So ein bisschen Tut mir leid Ich entschuldige mich Für die Werbung 1 2 3 4 5 6 Na Der ist weiter weg Nehm ich den Ja schon Ja schon Es sind halt schon Äh Für Werbung auch Da krieg ich was Ja Das ist halt wirklich Das ist halt wirklich Auch ein Support Für Für den Channel Diese Werbung Diese Anfangswerbung Die bei jedem Stream Kommt Äh Egal auf Auf welchen Stream man geht Bei welchen Stream man gerade guckt Wenn du neu in den Stream reingehst Kommt da immer zuerst mal Werbung Manchmal auch zweimal oder dreimal hintereinander Diese Werbung Ist nur Werbung Die äh Für Twitch ist Die bringt dem Streamer halt komplett gar nichts Und support den auch nicht Aber die Werbung Die halt zwischen Während des Streams halt Zwischendurch mal geschaltet wird Die ist halt Bringt dem Stream auch was Ähm Ich weiß nicht Das ist wirklich nicht viel Das sind nur so ein paar Cent Pro Werbung Die du bekommst Für den Stream Also wirklich nicht der Rede wert Ich kann es ehrlich gesagt Gar nicht genau sagen Wie viel das ist Ich muss mal gerade mal gucken Statistik Kanalanalyse paar Cent Mehr ist das nicht 事e mich Ich gorue Ich Summit phones Ừ So, okay. Okay, wir machen weiter. Neues Hobby von mir ist Pokémon freilassen. Ja, warum nicht? Hört sich nach einem sehr entspannten Hobby an. Da kann man so, glaube ich, auch meditieren. Eins, zwei, drei. Da kann man die Wut raussetzen. Habt gleich keinen Bock mehr. Kann Schwalwurst nicht mehr sehen. Ja, dann war's das mit dem Schwalwurst-Shiny-Hunt, oder? Würde ich mal fast sagen. Die Wut an Schwalwurst auslassen. An den ganzen, die armen, die armen Vögel. Ich muss jetzt leider weg, aber ich komme demnächst wieder mal vorbei. Spätestens, wenn ich meinen Rayquaza weiterreset. Alles klar. Vielen Dank für deinen Support und auch für den Followern da gelassen hast. Ich wünsche mir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Aus der Reihen, Random Guy. Nee, jetzt will ich's auch haben. Nee, dann musst du wohl weitermachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der da oben. Der ist am Rand. Ich hör mal auf dich und lass mal den Rand weg. Wir machen einen Re-Re. Oh, die sind auch nehm... Das ist ja nochmal ein Re-Re jetzt. Das ist ja nervig. Den habe ich mir im Diner... Äh, im... Döner-Raids gehuntet. Den konnte ich glücklicherweise abhaken. Danke, ciao. Au revoir. Die sind alle nebeneinander. Ich fühle mich... Ey, das ist gerade wieder richtig rigged. Das geht ja mal gar nicht klar. Wenn die alle nebeneinander kleben, dann kann man die nicht nehmen. Das ist voll schlimm. Den konnte ich glücklicherweise abhaken. Ja, ich habe noch keinen Shiny Rayquaza. Ich hätte auch gerne eins. Voll cool. Äh? Schon wieder nebeneinander? Alter, jetzt geht's aber los hier, ne? Jetzt fühle ich mich viel verarscht. Die 18 ist halt richtig cursed. Hier noch. Ja gut, ich nehme jetzt halt mal das Brandgebiet hier. Direkt vor dem Dude. Oha, das könnte gefährlich sein. Darf man die nebeneinander auch nicht nehmen? Nee! Nebeneinander ist halt direkt 30% abgezogen. Es dürfen keine Shakes nebeneinander sein. Das geht gar nicht. Wir müssen schon einzeln sein. Es gibt halt einfach so vieles zu beachten, ne? Und bevor man nicht weiß, ob es stimmt oder nicht stimmt, lässt man es dann lieber doch bleiben. Miss Magus. Level 79. Das ist ein schönes Level. Das gefällt mir. So, war das jetzt ein Fehler? Weil der Dude hier... Ne, war kein Fehler. Gott sei Dank. So, und jetzt haben wir hier wieder... Boah, die sind alle halt... Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal ein vernünftiges Radar-Hunt-Guide machen auf YouTube. Ja, das ist auf jeden Fall... Das habe ich ja... Ich habe zu Let's Go Evelie und Pikachu auch einen Guide gemacht. Aber ich glaube, nicht zum Hunten... Oder doch, zum Hunten und gleichzeitig auch zum Geldfarmen. Halt in der Azurie-Höhle, ne? Mit den Shiny Drops. Kann man mal machen. Ich denke mal, dass Zero of Time auch schon einen Guide gemacht hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Wow. Einfach nur wow. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist halt komplett Ecke, ne? Das ist doch endlich mal wieder ordentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall den hier, der ist am weitesten weg. Die 19. Ich will einen Shiny Vogel. Bitte. Babu ist so sweet. Goldener Vogel. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Tinsaft. Ich will einen Shiny Vogel. Also. Fangen wir das und hoffen, dass es halt nicht Cursed ist. Ist mir recht übel. No Cursed, please. Oh, Finsteraura. Das kannst du dir gönnen. Das ist eine super Attacke. Allerdings bist du eher so auf Nahangriff. Aktuell. Mit 39 und 25 Spezialangriff. Bin ich mir nicht sicher, ob ich dir die Finsteraura wirklich geben sollte. Irgendwie kannst du mit der nichts anfangen. Deswegen, nee, lassen wir mal. Wenn du Wablu vor mir bekommst, musst du Schwalboss hanten. Ich, oh, nee, bitte nicht. Ich kannte immer ungerne entwickelte Pokémon, weil die halt generell schon einen schwierigeren Grad des Fangens haben. 1, 2, 3, 4. Oh, hier haben wir eine Zwickmühle. Zwei Vierer-Spots, die gleich weit entfernt sind. Nee, ich geh das Risiko nicht ein. Ich mach halt ein Riri. Ich mach ein Reset. Ein Riri Reset. Doch, lass die Wette machen. Wenn ich es vorher bekomme, muss ich Wablu machen. Okay, sehr gut. Alles klar. Bin dabei. Ich hab's übrigens noch nie erlebt, dass ich in so einer Chain irgendwie plötzlich ein anderes Poco in der Chain drin hatte. Das hab ich noch nie erlebt. Perfekt. Endlich eine Shiny-Hand-Challenge. First Challenge. Accepted. Wie weit bist du denn gerade mit deiner neuen Chain? Oder bist du immer noch am Löschen der Schwalberosse? Schwalberosse. Aber mir sieht's aktuell eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wobei. Eins, zwei, drei, vier. Der ist da an der Ecke. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ist auf jeden Fall der hier. Ist ja 21 am Freilassen. Immer noch. Wait. So. So. Donc. So. Oh, Sambu Fantasy. Was soll nächstes Jahr rauskommen? Muss ich gerade mal kurz sehen, diesen Trailer. Was soll nächstes Jahr rauskommen? Ey, ist ja richtig geil. Also das neue RPG von Granblue Fantasy kann richtig gut werden. Ist richtig gut. Granblue Fantasy ist halt auch ein geiler Anime gewesen, der gut gezeichnet war. Und was ich hier gerade an Trailer sehe für nächstes Jahr, das RPG, das ist halt mega nice. Habe ich richtig Bock drauf. Im westlichen Markt. Hm, bin ich mal gespannt. Wer zuerst eine Reihe fertig hat, hat gewonnen. Wir können auch so eine Bingo-Karte erstellen durch den Randomizer und dann die Pokémon als einen Bingo-Hunten. Ich bin leider Only-Pokémon-Spieler. Okay. Ja, es gibt halt, ich bin halt wirklich in jedem Genre vertreten, außer in Shooter. Und selbst in Shooter, wo ich eigentlich nicht vertreten bin, bin ich doch irgendwie auch vertreten. So, ich meine, Fallout ist ja irgendwo auch ein Shooter. Ist ja ein Shooter-RPG, so ein Loot-Shooter. Habe ich gespielt. Aber also generell bin ich ja, wie gesagt, kein Fan von Shooter. Aber ich bin sonst in vielen verschiedenen Genres vertreten. Horror, RPG, Plattformer, alles. Die Jane ist noch da. Die da oben sind raus. Eins, zwei, drei. Ja, ist auf jeden Fall der hier. Ja, mit dem Bingo. Weiß ja nicht genau, was ist denn, Welcher, durch welchen Randomizer. Ich habe keinen Randomizer. Aber ich finde, die aktuelle Challenge, wer zuerst hier sein Shiny bekommt, finde ich schon nicht schlecht. Ja, das ist ja auch geil, ne? Vier auf einem Haufen. Ja, könnt ruhig da bleiben. Hm, vielleicht nicht. Eins, zwei, drei, vier. ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war, glaube ich, der letzte Teil, den ich gespielt habe. Auf das neue Pokémon-Spiel, ne? Ich bin auch mal sehr gespannt jetzt im Januar auf das neue Pokémon. Das letzte Assassin's Creed, das ich gespielt habe, war Origins. Also, wo man wirklich in Ägypten unterwegs war. Aber ich habe hier zu Hause noch verpackt, Assassin's Creed, Odyssey liegen. Das soll auch noch gut sein, aber von weiter habe ich nur Schlechtes gehört. Ich bin hier halt gut. Aber auf Pokémon-Legenden freue ich mich halt tierisch. Bin mal gespannt, ob das ein Flop wird oder nicht, ne? Ähm, so, hier haben wir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber der da oben ist ja eine 4, also nennen wir den. 24! Also, ich hoffe, du meinst Pokémon-Legenden. Vor allem hört sich Pokémon-Legenden auch so an, als ob das halt, äh, nur ein Teil von einer größeren Reihe ist, ne? Weil das heißt ja Pokémon-Legenden, äh, äh, Arceus. Und das hört sich an, als gibt es auch noch Pokémon-Legenden mit anderen Pokémon als Schwerpunkte spielst. Wird sich aber natürlich erst rausstellen, äh, wenn wir wissen, ob Arceus, äh, halt gefloppt ist oder nicht, ne? Ob es davon weitere geben wird. So, das große Krabbeln geht weiter. Also, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit den, äh, ganzen Rand-Pokémon, ne? Bis jetzt hat das immer als gut funktioniert. 1, 2, 3, 4. Ja, ist auf jeden Fall der hier. Aber was ich, äh, was mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen ärgert oder was ich schade finde, ist, dass es keine Shinies geben wird. Also, ich hab zumindest noch nichts gehört über irgendwelche Shiny-Pokémon in Pokémon-Legenden. In Pokémon-Legends. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass man da auch die Chance hat, irgendwie Shiny zu handen. Overworld! Das wäre ja perfekt dafür, Overworld zu Shiny handen. Was mich traurig macht, ist, dass das Game einen Monat draußen ist und es zu Weihnachten kein Event gab. Also, du hättest es gerne gehabt, dass es zu Weihnachten rauskommt mit Event. Vielleicht gibt's dafür andere Events. Es wird sowieso alles wieder zu früh rausgeballert. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das Spiel, äh, ordentlich Bugs aufweist, weil die es halt zu früh rausknallen und es nicht komplett fertig ist. Sehe ich jetzt schon kommen. Oder es wird verschoben. Das kann natürlich auch sein. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hm, der hier. Ach so. Ach so, ach so, dass es hier kein Event gab. Hier, das ist echt schade. Da muss ich dir recht geben. Das hätten die ruhig... Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu Weihnachten gab's dann nicht irgendwie diesen einen Code, äh, als Event, äh, um die Figuren runterzuladen für den Underground. Oh, Mann. Ähm, jemand? Event Code. Codes. Äh, bada, 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 bada. new 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 Ja, man konnte mit dem Code BDSP und der Ground konnte man halt die drei Starter als farbige Statuen freischalten. Also, Jillaist, Pantflamm und Pimfer. Das ist das Einzige, was ich jetzt gesehen habe in die Richtung. Nein. Nein, nein, nicht töten, bitte. Bitte fangen. So. So, so, so. So, wir sind bei 26 mittlerweile mal angekommen. Allerdings müssen wir hier wieder einen neuen Reset machen, weil die zwei, die in Frage kommen, sind zu nah beieinander. Entsprechend machen wir einfach mal hier ein Reset. Dann haben wir einen am Baum. Und sonst hätten wir nur einen hier, aber die sind beide gleich entfernt. Aber der ist am Baum, die der hier nicht. Deswegen nehmen wir den. Ist das ein Fehler? Wahrscheinlich. Werden wir es trotzdem machen? Ja. Nee, das ist bis jetzt kein Event in... Achso, das wäre schon... Ja. Das ist halt Pokémon Company, ne? Die machen wieder nur Scheiße. Die können es sich aber auch erlauben, weil die Leute kaufen die Spiele trotzdem. Egal, wie viel die falsch machen. Wird alles gekauft. Wir sind halt einfach verrückt nach Pokémon. Unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist. Zwei, drei, vier. Ja, der hier geht, der hier geht. Die 28. Hier, hier soll ich. Wablu, wablu, wabwablu. Wär auch schon geil, wenn ich jetzt irgendwie random wieder einen Schein in der Chain bekomme, bevor ich bei 39 bin. Das wäre auch in Ordnung. Aber das hatten wir beim letzten Mal. Das kann nicht sein, dass es jetzt nochmal kommt. Das wäre schon... Sorry. Das wäre schon echt insane, wenn das jetzt kommen würde. So richtig. So richtig. Weil du es geht. Schon wieder so schief. Hat das irgendwas zu bedeuten? So, ähm, ja. Eins, zwei, drei. Das ist der hier unten, ne? Definitiv der hier. Obwohl das da so ein großer ist. Der hat eine versteckte... äh, eine geheime Fähigkeit. Also die versteckte Fähigkeit. Brauche ich aber nicht. Einmal auf nei, ein leben. Hier ist jetzt. Dann kann man es nach. Einmal kann man erneut. Das kann man erneut. Also werfen粋. Unbild, die zu schäuern zus supervisors. Man kann hier nicht nur vergessen. Wie oft ist die Rosa поч ringing, das heißt es nicht. auch in die Hобщeling an, ein bisschen schief. Einmal benutzt man sie damit. Auch das geht. So Wo sind wir eigentlich jetzt Kann man das irgendwie ein bisschen gerade machen Wieso muss das denn so schief sein Was ist das für ein Fehler Oh Mann ey Oh jetzt kommt die 30 Und die 30 Müssen wir dann doch glaube ich Resetten weil Ich habe irgendwie keine Lust wieder da den Rand zu nehmen Oder Wir könnten auch den nehmen Der ist eigentlich genau drin Wir standen hier 1,2,3,4 Und dann könnten wir den mit der versteckten Soll ich den nehmen? Einfach mal so als Ja ich nehme den Ich nehme den halt einfach jetzt mal Wabbel mit versteckten Fähigkeit Und einem EV Warum nicht War das jetzt ein Fehler? Wir werden es gleich wissen Diese neuen Papp Strohhalme Sind irgendwie eklig Find ich Find ich Find ich so geil Rapid Schutz No Ich sag nur Rapid Man Ich hab gesagt nein Ja Hä? Und Umschutz Nein Was wollt ihr von mir? Okay 30 Es geht weiter Es geht einfach weiter Geil 31 Du Wir sind bei 30 angelangt Leute Jetzt kommen die letzten 9 Nein Eieieieiei Jetzt wird es kritisch Alter wenn es Über 30 Ja noch abbricht Das ist halt echt Wirklich insane Das wäre halt richtig Richtig cursed Das kann einfach nicht sein Es müsste halt Über 30 safe sein So dass die 7% Auch wegfallen So dass es halt 100% ist Aber dadurch Das ist halt nicht der Fall Das ist halt schon Angst pur Direkt an der Wand 3 4 Warte mal 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Also der hier ist eigentlich Weiter weg Das kriegen Könnten wir den schon nehmen Der hat es ihm entfernt Nehmen wir den Nehmen wir den Muss man mein Bein Abwechseln So Eigentlich die Extreme Seht hier aus Die Encoder Frames Sind total in Ordnung Mein Twitch Studio Beta Also alles in Ordnung Wie sieht es mit dem Mit der Chain aus Auch alles in Ordnung Ja Okay Ist alles in Ordnung So 1 2 1 3 4 Ja Ist Jetzt Nicht der hier Genau Wäre muss es sein Ich finde dadurch Dass diese komischen Blätter Hier In diesem Hohen Gras Ähm Halt so hell sind Sieht man nicht sofort Ob da ein Sparkle ist Dabei Ob da jetzt ein Shiny Sich versteckt oder nicht Also es hätte Jetzt theoretisch schon Ein Shiny Irgendwo Sein können Und ich habe es übersehen Weil es halt einfach So hell ist Dass man das halt Nicht sofort sieht Aber vielleicht Bild ich mir das auch ein Weil ich habe noch nie Die Kombination gesehen Mit Sparkles I do not know Wir werden es aber Vielleicht in ein paar Fang wissen Wir kommen der Sache näher Leute Die 34 Und 30 Ähm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Am weitesten weg Ist eigentlich der hier Der hier Der ist am weitesten weg Bin mir mit ihm Seid ihr denn überhaupt Alle noch da Seid ihr noch wach Dann lebt ihr noch Seid ihr schon Eingeschlafen Mal gucken Vielleicht mal Meine coolen Ähm Beweglichen Emotes Reinballern Um euch aufzuwecken Ja ich bin da Sehr gut Sehr gut Du hypes noch mit Ja So Schiefes Wablu So Jetzt kommt die 35 Okay Beide sind In dem Einander Die können wir schon Mal komplett rausnehmen Haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 Haben wir hier Ah Das ist nicht Eigentlich nur der hier unten Ne Aber der ist halt auch wieder am Rand Und ich gehe ungern Risiken rein Wenn Auch wenn es vielleicht gar kein Risiko ist Aber hier So In den letzten Bei den letzten 5 Mache ich halt Dann lieber nochmal Ein Neustart Und das hat sich nichts geändert Komischerweise Okay Dann muss ich wohl nochmal Ein Restart machen Also Ein Neustart Komm schon Wie viel Vier Okay Ich muss mich halt so positionieren Dass ich safe bin Ja 1 2 3 4 1 2 3 4 Der da oben ist halt 6 Der da ist 6 Und das ist halt Aber der ist halt so Wie der Randgebiet Deswegen Ne Das ist mir Mach nochmal Einfach nur Für den safe Wir haben Zeit jetzt Ja 2 2 Ey Kacke Ich hab getrollt Das ist wieder cursed hier 35 ist cursed Definitiv cursed Cursed Sag ich doch Keiner dabei Ich bin eigentlich schon Am shiny an Also so Reset Beim Resetten Bin ich eigentlich schon Angelangt Mit 34 Mhm Alles auf Ähm Ja Da ist doch eigentlich Ganz klar Der hier Definitiv 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 Lack Lack Schlagge Ich meine Ganz ehrlich Das shiny Hunden Wenn wir die 39 Erreicht haben Könnte immer noch Über eine Stunde dauern Je nachdem Wie viel Lack ich dann halt Quasi Aus Meinem Eigenrepertoire Damit einführe Ich werde probieren Ich werde probieren Nicht zu wenig Zu benutzen Versprochen Ähm Ist eigentlich nur der Hier vorne Also nicht der hier Sondern der hier Ja Ich muss Schwallboss Erstmal finden Alter Bis du mit deinem Schwallboss Chain angefangen hast Bin ich schon fertig Meiner Das so weiter geht Aber such mal Schwallboss Ich möchte schon mal Viel Spaß mit 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 Nee Ich sag's nicht Ich sag's nicht Und damit Jingsig nur Ich bin nicht Jingsig Ich will nix Jingsig Ähm Ja Hier haben wir wieder So eine Zickmühle Und ich gehe jetzt mal Risiko und nimm den hier Wird noch drei Dinge Ja Ich schaff das Ich schaff das Ich bin guter Dinge Mindset ist auf jeden Fall Positiv da Definitiv Ist es Ich bin Schatter Das wird was Wäre schon echt Cursed Äh Wenn kurz vorher Ne Einmal mehr passiert Joa ist auf jeden Fall Der hier ne Definitiv So Das ist die 38 Leute das ist die 38 Zwei oder drei Das ist jetzt der Äh Zweite Der zweite Mit Warblue Also wir hatten natürlich davor Schon Mit Mit Knackleon Aber da haben wir ja gar keins gefunden Dementsprechend zählt das ja nicht Aber hier das ist der zweite Krass Ja Noch 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 sind wir nicht safe Ne Noch Sind wir nicht safe Und es können ja auch immer Fehler passieren Aber ja das rechte ist schon krass Also zwei vorher Okay Jetzt kommt das letzte Leute Und ich kann keins von denen hier verwenden Das in der Ecke will ich nicht nehmen Ich mach mal ein Reset Ja ich weiß nicht Der letzte jetzt Pass auf Alter Ich schenke sie gar nichts Ich bin ruhig Ich bin ruhig 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Ich nehme den hier unten Der ist es Den nehme ich Ich hab vor das wäre jetzt ein ganz anderes Pokémon Kein Warblue Das wäre natürlich richtig cursed Ich glaube ich hätte Instant Rage Quit gemacht Wirklich Die Option ist ja immer noch da Noch sind wir nicht safe Ohne Worte Ich hätte geheult Ja so viel Ich weiß gar nicht ob man das Unlock oder Luck nennen kann Weil das Glück erstmal zu haben So unglücklich irgendwie zu failen Ne Das muss man erstmal hinkriegen Warte 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 Das ist noch zu früh Jinx hier gar nichts Okay Gott sei Dank Wir haben es geschafft Wir können anfangen zu resetten Wir sind safe Vielen vielen Dank So jetzt ist halt eher die Frage Wie lange brauchen wir für das erste Shiny Und wie viele Shinies bekommen wir Bevor die Chain abbricht Bei den ersten drei Bei drei von den vier Hands die ich gemacht habe Ist die Chain halt einfach gar nicht abgebrochen Und ich konnte fünf Shinies in einer Stunde fangen Kriegen wir das diesmal wieder hin Wir werden es gleich erfahren Hä war nicht die Challenge Wenn ich gewinne Dann musst du Dann musst du jetzt Wablu handen Wenn du gewinnst Dann muss ich Schwab Schwab Oder Nee Verdammt Warte Ich muss zurückscrollen Ich muss das mir nochmal durch Nee Wie war die Challenge Äh die Challenge Wenn ich es vorbekommen Muss ich Wablu machen Okay das heißt Wenn ich es vorbekommen Muss ich Schwab Okay 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 Ähm ja Ich werde Weiß nicht ob ich so glücklich darüber bin Ähm ich muss jetzt erstmal hier auf Äh das war ja richtig Ich muss auf hier Jetzt eben zwei Wochen Pause bis ich Schwabus habe Ups jetzt wird ich schon wieder weggeschaltet Der Idiot So So wir machen so Und jetzt äh Machen wir Mal Also es könnte sein Dass ich jetzt innerhalb der nächsten Äh Zehn Minuten Das erste Shiny quasi Schon intus habe War mir klar Dass du es äh Nicht richtig aufnimmst Und akzeptierst War schon funny Ich dachte aber Ich bekomme es vorher Naja Sonst schweibbar ist Das kriege ich auch schnell Das kommt ganz schnell Pass mal auf Ja Das bleibt kleiner Wablu war eh auf meiner Liste Aha Also war das schon Abgekaltetes Spiel hier Ich sehe schon Ich darf halt nur nicht aus Versehen In irgendwas reinlaufen Ich gucke mal ganz genau hin Weil ich nicht sicher bin Dass ich äh Nicht die Sparkles irgendwie übersehe Oder so aus Versehen Schreibbar ist so komm ich eh schneller Was für eine Aussage No Florn dann nicht Ich habe halt immer Lack Was sowas angeht Würde ich sagen Hm Wie viel? Zwei Wow Wenn wir das erste hier haben Dann geht es halt gut weiter Kannst du mir was abgeben? Von dem Lack Wenn man Lack übertragen könnte Klar würde ich auch ein bisschen was verteilen Wobei ich bin ja immer der Ansicht Äh Dass es so ein Gleichgewicht ist Umso mehr Lack du benutzt Umso mehr Unglück hast du danach Also musst du immer so ein bisschen So einen Ausgleich Dafür schaffen Ne? So sehe ich das halt immer Wenn du sehr viel Unglück hast Äh Hast du dann auch danach Äh Sehr viel Chance auf Glück Und genauso ist es halt umgekehrt Deswegen probiere ich gar nicht immer zu viel Lack zu benutzen Weil Das Unglück kommt Es kommt halt von ganz alleine Und da habe ich kein Bock drauf Deswegen am besten gar keinen Lack benutzen Wenn du keine Lucky Situation hast Dann hast du auch keine Unlucky Situations Ne? So sehe ich das Uh Guck mal wie nah der an mir dran ist Bäh Geh weg Und Grüße geht raus Werde die gerade wieder neu zugeschaltet haben Herzlich Willkommen Wir sind in unserer Endphase Des Shiny Hunts Müssen halt nur noch Resetten Glück war auf jeden Fall Jetzt genügend da Sodass Äh Wir kurz vor dem Shiny sind Macht keinen Sinn Doch Das macht Sinn In meinem Kopf macht das Sinn Wenn du kein Glück hast Hast du auch kein Pech Oh ich dachte gerade Ne es sind einfach nur große Blätter Ich glaube so Aber nein Kann Ne kann So ein Shiny Shake Auch in so einem Riesen Blätter Shake sein I don't think so Äh Wie Schon wieder Zwei Okay Ich habe gerade drei Schritte gemacht Direkt vor meiner Fresse Find ich immer eine Frechheit Das macht doch alles keinen Sinn Äho Äho Ups Falscher Knopf Ja Gleich kommt es Ich sehe es schon Gleich ist es da Es ist gleich da Dax Ich roll das jetzt einfach mal so Ich hab keine Leute, es kommt! Wirklich! Troutmere. Vertra... Ver... Verstroutmere. Aber vielleicht haben wir es schon übersehen. Es ist schon lange weg. Ich habe auch Angst, da unten hinzugehen, weil ich weiß nicht, ob ich gegen den da unten schon gekämpft habe und dass meine Chain irgendwie durch den zerstört wird. Das wäre echt übel. Wäre komisch, wenn es kommen würde. Na, dann würden wir es auf jeden Fall nicht übersehen. Es wäre ja nicht zu übersehen, wenn hier ein Pokémon im Gebüsch kommen würde, oder? Sauerei! Wer macht die ganze Kacke wieder weg? Niemand. Wir sind hier im Wald. In der Wildnis. Natürlich checke ich das. Aber ich darf da auch nicht so bewusst drauf eingehen, weil das ist ja schon ein Thema, was auf Twitch... Wenn man bestimmte Schlüsselwörter benutzt, dann könnte das Twitch missfallen. Weißt du, was ich meine? Warum? Twitch mag sowas nicht. Ich weiß hier nicht warum. Ach, Quatsch. Meinst du? Dass ich da Wörter wie Wichse einfach im Stream sagen, ohne dass ich gebannt werde? Was?! Bin ich jetzt aber echt überrascht. Krasser Shit. Wieder was gelernt. Guck dir Monte an. Nee, ich mag den nicht. Ich mag den halt wirklich nicht. Ich kann mir den nicht ansehen. Der ist für mich irgendwie zu assi. Kann ich gar nicht ab, den Monte. Ja, gut. Aber, ey, ganz ehrlich, der hat auch Sonderstatus, genauso wie Amorant, weil die einfach so viel Geld Twitch einbringen, dass die die halt nicht nur kurz perma bannen, wenn überhaupt, und dann direkt wieder reinlassen. Das ist halt so, das kann sich kein kleinerer Streamer erlauben. Nur die halt die Liste, die Top-Liste anführen. Das ist halt das Ding. Monte kann sich das erlauben, Amorant halt auch. Was die sich alle schon erlaubt haben, ey. Wir sind bei drei Stunden zwölf. Dem darfst du ... Äh ... Dem darfst du mir nicht im Unit-Stream zuschauen. Ja, gut, ich hab nichts gegen ... Ja, ich kenn mich ja selber. Wenn ich Pokémon Unite gezockt hab, bin ich auch ... War das alles hart an der Grenze, weil ich halt einfach so sauer geworden bin, dass ich halt mit Flüchen um mich geschmissen hab. Aber es ist halt alles so ein bisschen toxisch auch. Ähm ... Und deswegen spiel ich das ja auch gar nicht mehr. Ja, ich denk auch, dass ich schon bei ... Alter, was ich da an Flüchen, Alter, rausklauen hab, ey. Das macht mir so ... Okay, ich bin noch nicht gebannt. Wie kam es dazu? Aber wenn ich dann merke, dass ich selber auch so unglaublich wütend bin. Ich mag das halt auch gar nicht, in einem Stream so wütend zu sein. Bin ich kein Fan von. Oh, ich dachte gerade ... Oh nein. Doch nicht. Halscher Alarm, Leute. Letztendlich wieder schlafen. Schon wieder auf Klo. Manor. 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 Ich geh jetzt, Leute, noch mal auf Klo. Und dann machen wir weiter. Jetzt kann uns sowieso nichts mehr passieren. Außer, dass ich vielleicht, keine Ahnung, dass ein Fehler passiert und die Switch ausgeht oder sowas. Das wäre das Einzige, was passieren könnte. Weil ich hatte, ehrlich gesagt, bei Diamond und Pearl hier ... Also hier bei Diamond schon zweimal den Fall, dass da schon Fehler und das Spiel einfach geschlossen wurde. Das kam schon vor. Also bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. 士忍'. Bis gleich. Ich bin gliedsorisch von Ta recollzeug aus Kai. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin bei Fünfer-Chain. Ja, ja, ich mach weiter, solange bis du auch die 39er hast. Dann ist es Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur deswegen kommt das Shiny jetzt nicht. Weil das Spiel möchte, dass wir jetzt eine richtige Challenge daraus machen, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, damit es auch spannend bleibt. Genau. Ist bei Fünfer abgebrochen. Oh, Mann. Und ich bin auch langsam gebrochen. Oh, Mann. Ja, aber ich kann es verstehen. So ging Speed halt auch. Also Genetik. Bei seinem Runs am Anfang. Er hat irgendwie vier Stunden investiert und die Chain ist halt immer wieder abgebrochen. Und so, dass er gesagt hat, das ist halt völlig scheiße in diesem Spiel, das Shiny-Hunten. Xandra hat es durchgezogen, seine Freundin. Und hat halt auch Trassler und sowas Shiny-Hunt hat mir auch eins geschenkt. Und ich habe halt das auch für mich entdeckt, dass es halt echt Spaß macht. So, wenn man halt Lack hat. Aber wenn man keinen Lack hat, dann natürlich nicht. Was macht er denn aktuell? Ich höre gar nichts mehr von ihm. Der chillt sein Leben. Der ist ab und zu mal hier im Stream und ist aber halt immer so ein bisschen, wie sagt er, er ist schreibfaul. Deswegen antwortet er nicht auf, wenn ich irgendwas frage. Weißt du, da stellt er mir Fragen. Ich antworte drauf und hoffe dann auch auf eine Rückmeldung dazu. Also auf eine Reaktion. Da kommt halt immer nichts, weil er zu faul ist. Fauler Sack. Aber er ist auch wieder am Arbeiten. Also das kommt halt mit dazu. Er ist wieder am Arbeiten und hat natürlich dementsprechend nicht so viel Zeit. Und ist natürlich auch geschlaucht vom Arbeiten. Was streamt er noch? Er hatte auf jeden Fall angekündigt, als hier Pokémon, das Pokémon Remake rausgekommen ist, dass er mal streamen will. Aber nee, hat er nicht gemacht. Hat er einfach nicht gemacht. Schon frech, oder? Schon länger kein Stream mehr von ihm gehabt. Finde ich echt schade. Irgendwie auf Streams von ihm auch mal wieder gefreut. Richtig frech. Okay, also dann müssen wir uns da keine Sorgen machen. Weil es ist halt sonst so, wenn wir über ihn reden, dann ist er halt plötzlich immer wieder im Stream drin und dann kaut er direkt raus. Oder Sandra ist halt im Stream. Die war vorhin im Stream, ist aber jetzt schon wieder raus. Das heißt, er kann das niemals gehört haben, dass wir hier über ihn gelästert haben. Betrug? Krieger Betrug. Gibt eine Anzeige, finde ich auch. Anzeige ist raus. Ja, er ist wirklich der stille Zuhörer. Er ist immer im Lurkmodus, wenn er da ist, weil er keinen Bock hat zu schreiben, wenn er faul ist. Schreibt faul. Ich weiß gar nicht, als was er gerade wieder am Arbeiten ist. Das hätte ich immer fragen sollen. Sandra ist halt immer so als Mod halt im Stream drin. Und trägt auch zum Content bei, sozusagen. Schreibt mal was. Wie gesagt, Sandra ist jetzt gerade nicht drin. Die war vorhin drin, aber ist halt nur im Lurkmodus gewesen und ist jetzt auch schon wieder raus. Denk ich mal. Manchmal ist es nicht ganz ersichtlich. Hä, was stand denn da jetzt? Oh, einer, ey. Wie nervig. Alter, dieses Gras hier dürfte einfach nicht so hell sein. Das müsste ein bisschen dunkler sein. Dann wäre das alles ein bisschen einfacher. So läuft man immer Gefahr, dass man Sparkle übersieht und es halt resettet, ohne dass man das gesehen hat. Voll gefährlich. Er ist safe im Lurk. Ja, aber selbst wenn er im Lurk ist es meistens auch nicht wirklich aktiv dabei, weil er nebenbei was anderes spielt und seine Konzentrationen halt nicht auf den Stream gerichtet sind. Das kenne ich gar nicht anders von ihm. Vor allem, wenn ich Animal Crossing spiele, dann ist es sowieso mal raus. Und ich spiele viel Animal Crossing. Oder habe viel gespielt. Jetzt ist ja quasi Animal Crossing für Tod erklärt worden, so, dass ich nicht glaube, dass da noch so viel Content von mir auch kommt, was Animal Crossing angeht. Eher jetzt im Januar Pokémon Legenden und dann im Februar Elden Ring. So eher der Standard bei mir jetzt. Ja, bei AC bin ich auch immer raus. Pete war immer nur drin im Lurk-Modus, um halt zu unterstützen, aber nicht, um wirklich aktiv dabei zu sein. Ich bin überrascht, dass sie mir schon seit einer halben Stunde hier rumgurken und nichts kommt. Wirklich, ich bin sehr überrascht. Oh, da ist es! Da ist es! Ich habe es gecallt! Die Überraschung war da, das Pokémon auch. Yay! Nice! Wuhu! Vielen Dank! Okay, das ist wirklich nicht zu übersehen, dieses Sparklen, oder? Das ist halt wirklich nicht zu übersehen. Aber es ist halt direkt noch an einem anderen mit dran. Deswegen könnte sein, dass die Chain danach abgebrochen ist. Aber bei meinem Lack... Ich weiß ja nicht. Wir gucken mal. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Da ist es! Der goldene Vogel! Guckt ihn euch an! Ist er nicht sweet? Oh, göttlich! Wuhu! So, jetzt wieder die Qual der Wahl. Welchen Ball nehmen wir? Ja, auf jeden Fall. Aber so... Am liebsten haben wir schon zwei, weil er halt noch eine Weiterentwicklung hat. Und ich hätte immer schon gerne einen Wablu in Shiny und dann halt auch einen, äh... Wer ist das? Altaria. In Shiny. Ah, das sind Kleinigkeiten. Hauptsache, man hat das Shiny. So, was machen wir? Wir nehmen Luxusball, oder? Ich will das im Luxusball haben. Baller, Luxusball. Hauptsache, es ist ein Shiny. Alter, wir sind jetzt seit... seit dreieinhalb Stunden sind wir dabei. Ist halt schon... schon eine lange Zeit, aber es ist halt wirklich eigentlich so für den Hunt jetzt in Ordnung gewesen, oder? Huch, was hast du denn jetzt gemacht? Was war das? Das ist ein Link gepostet. Was wurde da gelöscht? Ach so. Hast du geklippt? Ah, warte mal. Wett mal. Wie ist das? Wie kann man das nochmal freischalten? Wie ist der, äh... War das nicht Pyramid oder so? Wie kann ich das denn freischalten, ähm... dass du, äh... quasi links reinpacken darfst? Ich vergesse mal den, äh... Befehl. Da haben wir es! Da haben wir es! Yes! Wir haben es! Wir haben es! Geilo! So, jetzt mal gucken. Ist, äh... die Chain noch da oder nicht? Bin mal gespannt. Oh, schön! Schönes kleines Ding. Oh, die Chain ist gebrochen. Alles klar. Hab ich mir fast gedacht. Aber wir haben unser Shiny. Wie geil ist das denn? Wuh! Geilo! Geilo, 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 Geilo. Äh, ja gut. Schutz kann jetzt auch abgebrochen werden. Haben wir dich schon bekämpft. Ja, haben wir. Wir können hier raus. Äh, ich werde es mir direkt mal angucken. Joa. Ein Shiny ist auf jeden Fall ein sehr seltenes Shiny. Wenn man es nicht öfters kriegt, ist es halt schon mehr wert, finde ich. Das war eigentlich Pyramid. Warte mal. Ähm... Geht sofort weiter. Ja, es ist halt wirklich Pyramid. Okay. Okay, ähm... Warte. Okay. Äh... Und zack. Ging halt doch nicht. Unbekannter Befehl. Hä? Ich hätte schwimmen können, das war Pyramid. Naja, okay, geht nicht. Ähm... Dann in der Löschung verlaufen. Hm. Okay, aber wir gucken jetzt jetzt... Äh... So, ich werde erst mal jetzt gerade mal abspeichern. Ganz wichtig, ne? Jetzt vielleicht hier besser. Sehr, sehr komisch. So, das heißt, Lavita, du darfst jetzt in deine... Wohlverdiente Box, du hast lang genug hier mit uns rumgejumpt. Bitteschön, du hierhin. Und dann gucken wir mal, jetzt muss ich auch erst mal wieder die ganzen Pokémon dann halt auf... So, so ein bisschen nach, ne? Und hier ist unser Shiny. Sehr großes Potenzial. KP ist sensationell. Verteidigung sensationell. Spezialangriff ist auch noch sehr gut. Verteidigung wieder sensationell. Wir haben halt Initiative nicht übel und Angriff nicht übel. Ähm... Es ist kauzig. Okay. Guckt jetzt auf jeden Fall mal in mein Team. Ähm... Halt, stopp. Ich will mal gucken, was die versteckte Fähigkeit ist. Innere Kraft, innere Kraft. Bestimmt Schwebe, oder? Hat das überhaupt ne versteckte... Muss es ja... Oder hab ich keine? Doch hier, Wolke 7. Ist die versteckte... Was ist Wolke 7? Hebt alle Wettereffekte auf. Das andere ist, äh... Wird das Pokémon ausgewechselt, werden seine Statusprobleme geheilt. Geile Fähigkeit. Die versteckte ist halt auch geil, ne? So, äh... So, äh... Ja, äh... Nein. So, so, so. Okay. Ähm... Als Begleiter. Der goldene Vogel, da haben wir ihn. Guckt euch das an. Guckt es euch an. Ist das nicht geil? Innere Kraft ist cooler. Find ich auch. Wenn ich ehrlich bin. Das ist halt schon ne geile Fähigkeit. Auf jeden Fall für... Ähm... Online-Camp ist es halt einfach besser. Ne? Ja, die Fähigkeit. Ich hab den goldenen Vogel. Ach, ist das schön. Ja, das ist ja eigentlich, äh... Perfekt. Ah, du hast es mir geschickt. Ich hab's bekommen. Der Klipp ist auf jeden Fall da. Ja, das sieht doch gut aus. Ich verstehe noch nicht, warum ich dir, äh... Warum ich dir das nicht geben kann, irgendwie. Wieder nach 8 abgebrochen. Oh nein. Warum jedes Mal? Hm. Locken, melden, das will ich alles nicht. Ja, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall nicht. Schreibos mag mich nicht. So sehe ich... Hm. So sehr ich ihn mag. Okay. Jo. Ähm, ich würde sagen, ich bin dann jetzt auch mal am Ende meines Streams angekommen. Dann werde ich nämlich jetzt, äh... Dieses, äh... Diesen Höhepunkt des Streams nutzen, um halt, äh... Den zu beenden, um mir gleich was zu essen zu machen. Ist ja wieder perfektes Timing. So nach 3 Stunden 38 ist halt total in Ordnung, muss ich sagen. Da kann man nicht meckern. Man kann wirklich nicht meckern, oder? Shiny Barblue. Schon ziemlich cool. Was denn? Und beim nächsten Mal müssen wir dann halt, äh... Schreibos, ne? Ist dann halt beim nächsten Mal dran. Dankeschön. Tut mir wirklich leid, dass ich diese Challenge jetzt gewonnen habe. Was bei dir immer so sehr abriecht. Ich hab da wirklich Lack, was das angeht. Keine Ahnung, warum ich jedes Mal dieses Lack hab. Ähm. Aber vielleicht hab ich ja bei Schreibos am nächsten Mal nicht mehr so viel Glück. Man weiß halt nie, ne? Aber dann bin ich auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für die ganze Unterstützung von euch. War halt wirklich, wirklich, ähm... Ja, eine ziemlich angespannte Situation, ne? Immer mit der Chain aufbauen. Krass, krass, krass. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Also wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir dann halt mit dem, äh... Schreibos weiter. Ne? Weil die Challenge muss ich jetzt natürlich auch einlösen. Weil ich die gewonnen hab. Und wünsche euch allen noch einen ganz angenehmen Nachmittag. Es wird gerade dunkel, also ist halt auch die perfekte Zeit, um halt abzuchillen. Für mich zumindest, um mir jetzt auch was zu essen zu machen. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Philipp, für deine Unterstützung. Und dir noch viel Glück. Vielen, vielen, vielen Dank. Also Leute, wieder schauen, reingehauen, au revoir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.